Hallo und herzlich willkommen in der LeeBubble. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Passend zum Beginn der Sommerferien in manchen Bundesländern kommt heute eine wunderschöne Sammlung mit Insel- und Wassermärchen auf den Kanal. Ich bin gespannt, wie sie dir gefallen und wenn du noch irgendeine tolle Idee hast, was für eine Art Sammlung ich noch veröffentlichen könnte, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin Lee und vergiss auf keinen Fall noch auf den roten Knopf mit Abonnieren zu klicken, damit du keines meiner Höhebücher mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, mach's dir richtig schön bequem und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Die Mondscheininsel Wenn man zwischen den Weidenbüschen am Rande des Sees steht, kann man das andere Ufer nicht sehen. Der See ist so groß und breit wie ein Meer und nur in der Fahne, wo sich Himmel und Wasser begegnen, schwimmt ein winziger, dunkler Punkt. Auf diesen See hinaus schaut ein niedliches, kleines Häuschen mit einem schönen Garten ringsherum. Man sollte denken, es sei eine Fischerhütte. Aber es wohnt ein weit und breit berühmter Mann darin. Ralf, der Gliedsetzer Von nah und fern kommen die Leute zu ihm hin mit verrenkten, gebrochenen oder verstauchten Gliedern. Mit seinen feinfühligen Fingern tastet er die Stellen ab und weiß sogleich, was ihnen fehlt. Oft genügt dann ein kurzer, sicherer Handgriff, um Hilfe und Heilung zu schaffen. Ralf hatte einst etwas sehr Merkwürdiges erlebt. Bei ihm wohnten damals sein kleiner Sohn Hans und seine Haushälterin Albtrude. Es war einige Jahre, nachdem ihn ein großes Unglück getroffen hatte. Seine Frau war plötzlich verschwunden. Niemand hatte sie fortgehen sehen. Nirgends war eine Spur von ihr zu finden gewesen. Dann war ein schönes Mädchen gekommen und hatte Ralf angeboten, ihm den Haushalt zu führen. Das war Albtrude. Anfangs war sie sehr freundlich zu Vater und Sohn gewesen. Aber als sich ihr Wunsch, Ralf zu heiraten, nicht erfüllte, da änderte sie sich allmählich. Sie wurde zuweilen mürrisch und zänkisch, schimpfte mit dem Hausherrn und schlug den Jungen, sodass Ralf oft daran dachte, sie hinauszuwerfen. Doch immer wurde sie wieder so freundlich und schmeichlerisch, dass er nicht zu einem solchen Entschluss kam. An einem schönen Sonntagmorgen war Ralf früh aufgestanden, hatte seine Angelrute genommen und war an den stillen See zum Fischen gegangen. Hänschen hatte mitkommen wollen, aber da der Kleine noch so fest schlief, wollte der Vater ihn nicht wecken. So stand Ralf alleine hinten in seinem Boot, das am Ufer lag, und warf die Angel aus. Er hatte das Boot zwar schon losgebunden, wollte aber noch nicht fortrudern. Es konnte ja sein, dass Hans aufwachen und ihm nacheilen würde, um doch noch mit hinauszufahren. Da Ralf an dem Emporschnellen kleiner Fische merkte, dass Hechte am Jagen waren, legte er eine starke Hechtschnur aus. Es dauerte auch nicht lange, bis der rot-grüne Kork untertauchte. Als Ralf glaubte, dass der Hecht sich festgebissen hatte, zog er die Angel an. Doch er musste staunend feststellen, dass alles Ziehen vergebens war. Denn das, was dort am anderen Ende der Angel zerrte, war stärker als er. Mit einem gewaltigen Ruck riss es ihm fast die Rute aus der Hand, und es zog ihn beinahe selbst ins Wasser. Aber Ralf hielt sogar noch fest, als das Boot zu schaukeln begann, sich vom Ufer löste und von dem in der strudelnden Tiefe kämpfenden Untier auf den See hinausgezerrt wurde. »Es wird schon noch müde werden«, dachte sich Ralf, und befestigte die Angelschnur nur fest am Boot, das nun pfeilschnell über die spiegelglatte Oberfläche des Sees schoss. Sein Kurs ging schnurrstracks auf die ferne Insel zu, und als die Sonne heraufkam, sah Ralf ihre rötlichen Strahlen durch die Schilfhalme blinken. Am Rande des Bootes rauschten Wasserrosenblätter. Große, gelbe und weiße Blüten neigten sich und tauchten auf und unter. Schilf knisterte und raschelte. Ralf saß schon lange wehverzaubert und meinte zu träumen. Plötzlich hatte die geheimnisvolle Fahrt ein Ende. Eine weite, runde Bucht mit kristallklarem Wasser hatte sich aufgetan. Mitten darin hielt das Boot. Und dicht vor ihm tauchte ein wunderlicher Kopf aus den Fluten. Ein grünes Gesicht unter brandrotem Haar, das steil und borstig emporstand. Lustige gelbe Froschaugen glotzten, und ein breiter Mund verzog sich zu einem freundlichen Grinsen. »Keine Angst, Vater Ralf«, quarte der Wassermann. »Du wirst gleich erfahren, warum du hier bist.« Dann ließ er ein leises, melodisches Pfeifen hören. Als Antwort erhob sich ein Rauschen, Brausen und Plätschern ringsum. Ein Biegen und Wiegen des Schilfs und vor dem erstaunten Ralf tauchten wunderschöne Frauen aus den Fluten. Wasserrosenkränze hatten alle in den triefenden Haaren, und eine von ihnen trug eine herrliche Perlenkrone. Ralf konnte durch das klare Wasser hindurch erkennen, dass alle schuppige Leibe und große Fischschwänze hatten. Die Frau mit der Perlenkrone hielt sein allerliebstes Nixenmädchen empor, dem die Tränen über die roten Wangen kullerten, und das mit großen grünlichen Augen ganz ängstlich dreinschaute. Der eine Arm hing ihr schlaff herunter, denn es hatte ihn beim Herumteulen verrenkt. Mit freundlichen Worten bat die Nixenkönigin Ralf, das Prinzesschen zu heilen. Ralf kam aus dem Staunen und der Verwunderung kaum mehr heraus, fasste dann aber behutsam den kranken Arm und betastete ihn. Auf einmal zog er mit einem kurzen Ruck und einer Drehung daran. Die kleine Prinzessin schrie laut auf, doch da war der Arm auch schon wieder eingeringt. Sie konnte ihn bewegen wie den anderen, entschlüpfte lachend den Händen ihrer Mutter und verschwand im Wasser. Jetzt umschlossen die Nixen das Boot in einem Kreis und sangen als Dank ein zauberhaftes Lied nach dem anderen, sodass der Gliedsetzer zwischen Wachen und Träumen die ganze Welt vergaß. Unterdessen war sein Söhnchen Hans erwacht, hatte das leere Bett des Vaters gesehen und sich dann schnell angekleidet, um zum See herunterzulaufen. Als er sah, dass das Boot verschwunden war, da weinte Hans und rief nach seinem Vater. Aber alles blieb still. Nur die Möwen kreischten in der Sonne. Da rannte Hans wieder ins Haus hinauf, warf sich auf das Bett und schluchzte laut. »Heul nicht rum«, schallte ihn die Haushälterin böse. »Und störe mich nicht in meinem Sonntagsschlag. Dein Vater kommt schon wieder.« Aber der Vater kam den ganzen Tag nicht zurück. Die Nixen hielten ihn mit ihrem Zaubergesang fest und Hans suchte überall, lief immer wieder ans Ufer und später auf den See hinaus, ob das Boot nicht vielleicht auftauchen würde. Albtrude machte sich in der Zwischenzeit einen Sonntagsbraten, von dem sie Hans ein paar Knochen hinstellte. Aber Hans mochte ohnehin nichts essen, und er wich nicht vom Ufer des Sees. Als es abends dunkel geworden und der Vater noch nicht heimgekehrt war, kletterte Hans auf eine hohle alte Weide, um von dort oben einen besseren Ausblick zu haben. Eben stieg der Vollmond gelb und rund aus dem Wasser, als Hans dicht bei sich ein schrilles Pfeifen hörte. Hans lauschte verwundert. Es klang, als sei jemand in Bedrängnis und wolle auf sich aufmerksam machen. »Hallo«, rief Hans aus, »wer ist denn hier in Not? Wer ruft um Hilfe?« Als er dem Pfeifen näher nachforschte, merkte er, dass es aus einer kleinen Öffnung des hohen Weidenstammes drang. Hans guckte hinein, aber drinnen war alles dunkel. »Komm da heraus«, rief Hans laut, »kann nicht, das Loch ist zu klein«, piepste es verzweifelt zurück. Dann nahm Hans sein Taschenmesser und erweiterte den morschen Rand der Öffnung so, dass er hineingreifen konnte. Er fühlte etwas Weiches und Warmes, das sich anfühlte wie Sand. »Zieh mich heraus«, piepste es. Der Junge griff in das weiche Fell hinein und zog, bis eine große, weiße Fledermaus Hans Mondlicht befördert hatte. Verwundert und erschrocken starrte Hans das Tier an und beobachtete staunt, wie es immer größer wurde und sich seine starken Flügel spannten und reckten. »Komm deinen Vater holen«, piepte die Fledermaus. Hans schwang sich auf die breiten Flügel und fühlte sich sicher hinausgetragen über den mondglitzernden See. Pfeilschnell flog das weiche Wundertier mit ihm dahin durch die milde Nachtluft. Kleine Fledermäuse flogen scheu zur Seite. Fische tauchten erschreckt ins Wasser und eine Sumpfeule huschte schreiend dem Ufer entgegen. Hans guckte hinab und sah den großen, dunklen Schatten des Tieres über das mondhelle Wasser gleiten. Als der Schatten plötzlich verschwunden war, wusste Hans, dass Land unter ihm sein musste. Da flatterte seine Trägerin auch schon zwischen schwarz-grünen Ählenbüschen und lud ihm im Gezweige eines Baumes ab. Hans kletterte hinab und befand sich am Ufer eines kleinen Teiches. Schöne, spitze Blätter rackten überall aus dem blanken Wasser hervor. Dazwischen gab es Stängel mit dicken, roten Beeren. Beeren, bitte! piepste von oben die Fledermaus, die sich mit zusammengeschlagenen Flügeln an einen starken Ast gehängt hatte. Hans bückte sich zum Wasser, pflückte eine Handvoll Beeren, kletterte wieder auf den Baum und fütterte das Tier. »Wat hier? Komm zurück zu dir!« piepte es dann und flatterte mit geisterhaften Flügelschlägen auf und davon. So blieb Hans alleine auf der Insel zurück. Leise hörte er von irgendwoher ein sanftes, süßes Singen und wusste nichts, wie nah er seinem Vater doch war. Die Fledermaus aber flog dorthin zurück, wo Ralfs Haus im Mondlicht lag. Mit Freuden sah sie, wie eine dichte Dampfwolke aus dem Schornstein kam. Zufrieden schnüffelnd umflog sie in immer enger werdenden Kreisen den Schlot, schoss dann plötzlich hinein und spuckte die roten Beeren, die sie im Maul hatte, in den Kamin hinab. Unten in der Küche war Albtruder am Werk. Da hing der große Kessel unter dem Kamin, in dem sie einen Trank kochte, der ihre welke Schönheit erneuern sollte. Mit einem hübschen, glatten Gesicht hoffte sie, den Gliedsetzer doch noch betören und heiraten zu können. Gerade schaute sie voller Eitelkeit in einen großen Spiegel, den sie in die Küche geholt hatte, und freute sich darauf, dass ihr Gesicht bald viel schöner sein würde. So bemerkte sie die Beeren nicht, die in den Kessel plumpsten. Als sie den Schönheitstrank nun abgekühlt und fertig glaubte, trank sie gierig einen Becher voll davon, und sie stellte sich erwartungsvoll vor den Spiegel. Doch wie groß war ihr Entsetzen, als sie mit starren Augen sah, wie ihr schöner Kopf sich änderte und schrumpfte, wie ihre Nase schwand, wie ihr spitze Ohren und lange Schnurrhaare wuchsen, bis ihr schließlich ein Katzengesicht entgegenblickte. Laut schrie sie auf, zertrümmerte den Spiegel mit der Feuerschaufel, rannte fort aus dem Haus und verbarg sich im dichten Wald. Die große Fledermaus war zur Insel zurückgeflogen, wo sie den ängstlich wartenden Hans wieder auf die Flügel nahm. Schnell flog sie mit ihm dem lieblichen Gesange nach, der ihnen immer deutlicher entgegenklang. Dann war auf einmal Schilf unter ihnen, und der Zaubergesang der Nixen stieg voll und klar herauf. Sie senkten sich zum Wasserspiegel, und ehe Hans es sich versah, hatte sein Flugtier ihn hinabgekippt. Platsch! So fiel er ins Wasser hinein, wo sein Vater träumend im Boot lag. Schnell schwamm er um das Boot herum und rief, Vater, Vater! Und da erwachte Ralf aus seiner Verzauberung. Junge, Hänzchen, wie kommst du hierher? rief er und rieb sich die Augen. Endlich half er dem tropfenden Jungen ins Boot. Und du, Vater, wie kommst du hierher? fragte Hans zurück. Ja, das war eine schwer zu beantwortende Frage. Alle Nixen waren bei Hänschens Fall erschreckt in die Tiefe getaucht, und Ralf konnte sich an nichts mehr erinnern. Eines aber war beiden klar. Sie wollten nach Hause, und zwar so schnell wie möglich. Sie ergriffen die Ruder, zwängten das Boot durch das Schilf hindurch und kamen glücklich auf den See hinaus. Es wurde eine lange und anstrengende Fahrt durch die Nacht. Hänschens Kleidung trocknete unterwegs, so warm wurde es ihnen vom Rudern. Im Haus war alles totenstill. Sie riefen nach Albtrude, fanden aber keine Spur von ihr. Da holten sie sich etwas zu essen aus der Speisekammer und legten sich schlafen. Sie waren beide todmüde. Auch in den nächsten Tagen war trotz aller Nachforschungen von Albtrude nichts zu entdecken. In der Nacht aber kam es ihnen oft so vor, als ob ein großer Schatten am Haus vorbeihuschte. »Das wird die große weiße Fledermaus sein, von der ich dir erzählt habe«, sagte Hans. Zuweilen standen sie auf, um das Tier genauer zu sehen, doch dann war es immer schon wieder verschwunden. Albtrude hatte inzwischen im Wald ein jämmerliches Leben geführt. Sie hatte sich Vögel und Mäuse fangen müssen, um ihren Hunger zu stillen. Und von der mühseligen Jagd hingen ihr die Kleider in Fetzen vom Leibe herab. Eines Abends schreckte der Förster, der durch den dämmernden Wald ging, sie auf. Als das katzenköpfige, zerlummte Geschöpf an ihm vorbeisprang, meinte er, es sei ein Gespenst, und erschrocken riss er das Gewehr hoch und schoss es tot. In der gleichen Minute kletterte eine Frau aus einem hohen Eichenbaum zur Erde nieder. Und das war Hänschens so lange vermisste Mutter, die soeben noch in der Gestalt einer weißen Fledermaus an den Zweigen gehangen hatte. Albtrude hatte sie einst verhext, weil sie Ralf heiraten wollte. Mit Albtrudes Tod war der Zauber endlich gebrochen und ihr schändlicher Plan für immer vernichtet. Wie haben sich Ralf und Hans gefreut, als die liebe Mutter plötzlich zur Tür hereintrat. Als aber Hans am nächsten Morgen nach dem Boot sehen wollte, fand er darin einen wunderbar glänzenden Becher. Er war kunstvoll aus feinem Silber getrieben, und aus reinem Gold waren die Gestalten von fünf tanzenden Nixen ringsum aufgelegt. Jede trug in der rechten Hand eine echte Perle. Und das war das Dankgeschenk der Nixen. Die schwimmende Insel Zu einer Zeit, da es in Deutschland noch weit größere Wälder gab als heutzutage, lebte als Verwalter in einem alten, verfallenen Jagdschloss am Ufer eines mächtigen Sees ein Mann mit seiner Frau und seinem Sohne Fridolin. Der Vater des Grafen, dem dieses Schloss und der ungeheure Wald, der es umgab, gehörte, war früher alljährlich im Herbst auf einige Wochen zur Jagd dort gewesen und hatte mit seinen Freunden und Genossen ein wildes Leben in die sonst so einsamen Räume gebracht. Allein, seit er gestorben war, kam niemand mehr dorthin. Denn sein Sohn, der jetzige Graf, lebte die Jagd nicht und verzehrte die Einkünfte seiner großen Güter in der Hauptstadt und auf Reisen in fremde Länder. Wäre nicht von Zeit zu Zeit ein benachbarter Jäger, der die Aufsicht über diesen Teil des Forstes hatte, gekommen, so hätten die Insassen dieses alten Schlosses wohl wenig oder gar nichts von der übrigen Welt erfahren. Dieser alte Jäger war der Pate des kleinen Fridolin, und er liebte den Knaben sehr. Er nahm ihn mit in den Wald und lehrte ihn die Gewohnheiten der Tiere kennen und die Eigenschaften der Pflanzen und Bäume. Zudem steckte er voller Geschichten von Jagden und Abenteuern und wusste alle Sagen und Märchen aus der ganzen Umgegend zu erzählen. Und er tat dies so oft, dass Fridolin bald ebenso gut darin bewandert war, wie er selbst. Wunderliche Geschichten waren darunter. In der Nähe des alten Jagdschlosses stand eine uralte Eiche, in deren Wipfel ein schwarzer Storch sein Nest hatte. »Das ist schon von alten Zeiten her dort«, sagte der Jäger. »Früher, als das Schloss noch häufig von den Grafen besucht wurde, war ein alter Diener hier, der auf dem Schlosse geboren und erzogen worden war. In seinen jungen Jahren nahm ihn der Großvater unseres jetzigen Grafen mit auf eine Reise ins Morgenland, und da sind sie auch nach Afrika gekommen, wo es Leute gibt, die auf dem ganzen Leibe schwarz sind. Als er nun eines Tages am Hafen herumspaziert und sich die ausländischen Schiffe und das wunderliche Volk ansieht, das sich da herumtreibt, da ruft eine fremde Stimme auf einmal seinen Namen. »Guten Tag, Johann! Wie kommst du hierher?« Als er sich verwundert umsieht, da steht auf einem Schiffe so ein schwarzer Mann und nickt ihm zu und ruft, »Na, kennst mich wohl nicht? Ich bin der schwarze Storch bei dir zu Hause. Im Winter fliege ich nach Afrika und lebe hier als Mensch.« Dem Johann ist das ein wenig unheimlich gewesen. Es ist ihm kalt den Rücken herabgelaufen, und er ist schnell wieder fortgegangen. Der schwarze Kerl aber hat gelacht und mit den weißen Zähnen geklappert, gerade wie ein Storch. Und er hat ihm nachgerufen, »Adieu, Johann! Auf Wiedersehen in der Heimat!« Es war natürlich, dass Fridolin den schwarzen Storch wegen dieser Geschichte für ein sehr merkwürdiges und geheimnisvolles Tier hielt. Und lange konnte er auf der Turmgalerie des alten Schlosses sitzen und nach der mächtigen Eiche hinüberschauen und zusehen, wie die alten Störche ihre Jungen aus dem benachbarten Moorsumpf Futter brachten. Viel mehr aber noch als diese Geschichte gefiel ihm die Sage von der schwimmenden Insel, die ihm der alte Jäger nicht oft genug erzählen konnte. Auf dem See, der so mächtig groß war, dass man seine gegenüberliegenden Ufer auch an den klarsten Tagen nicht so erblicken mochte, sollte sich zuweilen an schönen Sommertagen eine überaus herrliche Insel zeigen, die langsam wie ein Schwan über die spiegelklare Flut dahin zog und sich allmählich im Dämmer der Ferne verlor. In früheren Jahren wollten sie manche gesehen haben, und ein alter Fischer hatte den Jäger oftmals erzählt, wie er einmal als junger Mensch an einem heißen Julitage in seinem Kahn mitten auf dem See eingeschlafen und von einem herrlichen Singen und Klingen, das wie lautere Himmelsmusik getönt habe, wieder erwacht sei. Das sei von der schwimmenden Insel gekommen, die nicht ferne von ihm vorübergezogen sei. Schöne Menschen in leuchtenden Gewändern seien dort unter blühenden Fruchtbäumen umhergewandelt, und Jünglinge und Jungfrauen mit Gesichtern so rosig wie Apfelblüte und Haaren gleichgesponnenem Golde in kleinen Schiffchensitzen, die von Lasur und Palmutter glänzten, hätten die Insel spielend umschwärmt und sich unablässig glänzende Früchte im Fangespiel zugeworfen, so dass die Luft wie von einem goldenen Regen erfüllt gewesen sei. Dazu hätten sie jenen lieblichen Gesang vollführt, während andere auf schimmernden Seiten Instrumenten Museen machten. Das Sonderbarste aber sei gewesen, dass sie gar keine Ruder zur Fortbewegung gebraucht hätten. Nur vorn an der Spitze des Schiffes habe ein feiner Schleier so zart wie ein Hauch geweht, und es sei gewesen, als habe dieser die zierlichen Fahrzeuge nach sich gezogen. Und weiter hatte der Fischer erzählt, er habe ganz starr und mit offenem Munde diese Wunderdinge betrachtet, indes alles langsam in die Ferne gezogen sei. Dann habe sich ein leichter, bläulicher Dunst um die Insel verbreitet, bis das ganze Abenteuer darin eingehüllt gewesen sei und nur noch ein liebliches, verworrenes Tön zu ihm gedrungen sei. So dann sei auch dies verstummt, und der Dunst habe sich verzogen, und rings sei weiter nichts gewesen als die leere Luft. Diese wunderbare Geschichte trug Fridolin stets in seinem Sinn, und nichts Herrlicheres hätte ihm begegnen können, als wenn er selbst einmal dieses Anblickes teilhaftig geworden wäre. Aber so oft er auch an einem schönen Sommertag von der Turmgalerie des Schlosses auf den See hinausspähte oder in dem kleinen Boote seines Vaters bei stillem Wetter weit hinausfuhr, niemals konnte er auch nur einer Spur dieses Seewunders ansichtig werden. Seltsame Anzeichen stellten sich aber öfters ein. Es begab sich zuweilen, wenn er an dem mit glänzenden Kieseln und zarten Muscheln bedeckten Ufer des Sees entlang ging, dass, besonders wenn vorher ein Sturm gewesen war, eine Blume von wunderlicher Art und besonderer Pracht von den Wellen ans Ufer geworfen ward, oder ein Apfel von seltenem Duft und zarter Farbe, dergleichen Gewächse also köstlich in der ganzen Gegend nicht gediehen. Stellte man eine solche Frucht auf den Sims, so ward das ganze Zimmer von ihrem lieblichen Wohlgeruch erfüllt, und ihr Geschmack war frisch wie Morgentau und süß wie Blumenduft. Solche merkwürdigen Funde, die doch nur von der schwimmenden Insel kommen konnten, erweckten die Sehnsucht Fridolins immer wieder aufs Neue und bestärkten in ihnen den Vorsatz, den er schon früh gefasst hatte. Nämlich, wenn er erwachsen sei, dieses Wunder um jeden Preis aufzusuchen und seines Anblickes teilhaftig zu werden. Indes war Fridolin fünfzehn Jahre alt geworden, und er half den Eltern bei der Bestellung des Gartens, der sich von dem Jardschlosse zum See hinabzog, und bei der Bearbeitung des kleinen Feldes. Weshalb er nicht mehr so viel Zeit zu träumerischem Sinn fand als früher. Aber sein Lieblingsplatz in freien Stunden blieb immer die Galerie des alten Turmes mit dem ungehinderten Blick über das Wipfelmeer des Waldes und den unbegrenzten See. Als er hier in einem stillen, heißen Junimittag saß und seine Blicke über die glatte Wasserfläche schweifen ließ, bemerkte er plötzlich in der Ferne etwas wie einen kleinen Kahn, der regungslos auf dem Seespiegel lag. Kein Mensch war darin zu bemerken, und es ging ein Schimmern und Glänzen von ihm aus, dass Fridolin gar seltsam und wunderlich vorkam. So dann erhob sich ein leichter Wind, der lange, matte Streifen in den glatten Schimmer des Sees kräuselte, und das fremde Gefährt langsam vor sich her trieb. Fridolin verließ eiligst den Turm, lief an das Seeufer zu dem Boot seines Vaters, kettete es los und trieb es mit eiligen Ruderschlägen auf den Ort zu, wo er das Fahrzeug bemerkt hatte. Als er näher kam und das Ding sich deutlicher abhob, bemerkte er mit Verwunderung, wie das winzige Schiffchen prächtig von Lasur und Perlmutter glänzte und es überaus zierlich und schön gebaut war. Voller Ungeduld stellte er sich auf seine Füße, um zu sehen, was darin sei, und bemerkte etwas, das wie Gold und Apfelblüte schimmerte. Mit schnellen Schlägen trieb er das Boot näher zu, in das sein Herz vor Aufregung pochte und das Blut ihm ins Gesicht stieg. Denn eine seltsame Vermutung hatte sich seiner bemächtigt. Als er sein Fahrzeug sanft an die Seite des glänzenden Schiffleins getrieben hatte und hineinschaute, sah ein junges, wunderschönes Mädchen mit Haaren wie gesponnenes Gold und einem Antlitz wie Apfelblüte, das auf dem Boden des Karnes mit dem Kopf auf einem Kissen von hellblauem Sammet lag und schlief. Sie war angetan mit einem weißen, schmiegsamen Kleide, das an den Ärmeln, am Halse und an seinem unteren Saume mit zarter, goldener Stickerei geschmückt war. Und auf dem Haupte schimmerte ein zierliches Krönlein, aus dem sich ein silberner Schwan von der feinsten und künstlerischsten Arbeit hervorhob. Fridolin verging fast der Atem vor Andacht, als er diese über die maßen schöne Erscheinung mit staunenden Augen betrachtete. Indes war aber eine Wolke vor die Sonne gezogen, und deswegen ging eine Kühlung und ein verstärkter Windzug über den See. Die Fahrzeuge schwankten stärker, und es lief etwas wie ein leiser Schauer durch die Glieder der Schlafenden. Dann bewegte sie den Arm, öffnete die dunkelblauen Augen und schaute mit einem verwirrten Blick auf Fridolin. Plötzlich schien sie sich ihrer Lage bewusst zu werden, erhob sich schnell auf ihre Knie und spähte mit den Anzeichen eines tödlichen Schreckens nach der Spitze ihres Karnes und betastete sie mit zitternden Händen, indem sie offenbar dort etwas zu vermissen schien, dem sie große Wichtigkeit beimaß. Doch ihr Suchen war vergeblich. Sie rang stumm die zarten Hände und ließ die irrenden Blicke über die einsame Fläche des Sees schweifen. So dann hielt sie, noch immer kniend, Fridolin flehend die Hände entgegen und sah ihn mit Hilfe suchenden Blicken an. Diese empfand bei den kläglichen Gebärden der schönen Fremden ein solches Mitleid, dass er gern sein Herzblut für sie hingegeben hätte, wenn er hätte helfen können. Da sie aber auf seine Fragen nicht antwortete, sondern nur die Finger zum Zeichen, dass sie schweigen müsse, auf den Mund legte, so fand er keinen besseren Rat, als dass er das fremde Schifflein an sein Boot hängte und damit nach Hause zurückfuhr. Die Fremde drückte beide Hände vor das Angesicht und fügte sich ohne Widerstand in ihr Schicksal. Fridolins Eltern waren aufs Äußerste erstaunt, als er mit dem seltsamen Gefährt und seiner Insassin bei dem alten Jagdschloss anlangte. Das schöne Kind schien sich in das Unvermeidliche gefunden zu haben. Die Anzeichen von Furcht und Trauer hatten sich aus ihrem Antlitz verloren und dem Ausdruck einer stillen Ergebenheit Platz gemacht. Ihre übernatürliche Schönheit aber ließ kaum zu, anzunehmen, dass man es mit einem irdischen Wesen zu tun habe. Etwas wie ein himmlischer Schein ging von ihr aus. Unschuld und göttlicher Anmut waren gleich einem zarten Hauch um sie verbreitet, und in ihrer schimmernden Kleidung und mit dem goldenen Krönlein auf dem Haupte sah sie eher wie eine Königstochter aus dem Feenlande als wie ein Kind dieser Erde aus. Die beiden Alten empfanden etwas wie stumme Ehrfurcht vor dieser Erscheinung, und es war ihnen wirklich, als sei eine Prinzessin in ihr armes Haus eingekehrt. Und sie waren alsbald bemüht, dem fremden Mädchen zu tun, was sie ihm an den Augen absehen konnten, und für eine gastliche Aufnahme zu sorgen, soweit es in ihren geringen Kräften stand. Einige Tage vergingen, die Fridolin in späterer Zeit immer als die glänzendsten und schönsten seines Lebens vor Augen standen. Zwar zeigte das Antlitz seiner schönen Gespielin fast immer eine sanfte Schwermut, die nur selten durch den Schimmer eines freundlichen Lächelns erhellt wurde, allein ihm genügte es, um sie zu sein, ihr zu dienen und sie zu beschützen, und zuweilen einen freundlichen Dankesblick von ihr zu erhalten. Er ruderte sie alle Tage weit auf den See hinaus, denn dort schien es ihr am besten zu gefallen. Sie saß dann vorn im Boot und spähte mit sehnsüchtigen Blicken in die Weite. Niemals aber schien sie zu finden, was sie suchte, und wenn dann Fridolin das Boot zum Jagdschloss zurücklenkte, schien sie noch trauriger zu sein als gewöhnlich. Er streifte mit ihr weit im Walde und am Seeufer umher und zeigte ihr die Stellen, wo die süßesten Erdbeeren und die seltensten Blumen standen. Dabei war es seltsam, dass nie ein Stäubchen irdisch sanierhaften blieb, ob sie gleich zuweilen durch Moor und Bruch und feuchten Grund wanderte. Ihr schimmerndes Kleid war stets von derselben schneigen Reinheit und ihre goldbeschoten Füße immer von demselben fleckenlosen Glanze. Die Sonne brannte sie nicht, und der Regen glitt schadlos von ihr ab. Kein Dorn hielt ihr Kleid zurück, keine Nessel brannte sie jemals, und keine Mücke wagte es je, sich auf ihre reine Haut zu setzen. Aber ihr Antlitz, das zu Anfang in seiner Farbe der Apfelblüte geglichen hatte, verbleichte immer mehr im Laufe des Tages, bis es an Weiße, dem See schimmernden Schnee glich. Denn das Heimweh und die Sehnsucht nach den verlorenen Freunden und Verwandten nagte offenbar am Herzen der Fremden. Eines Tages, als es zu gefährlich war, auf den See hinauszufahren, weil sich in den schwülen Lüften ein Gewitter zusammenbraute und ein Sturm in Aussicht stand, fiel Fridolin seinen alter Lieblingsplatz auf dem Turm ein, den er in dieser Zeit ganz vernachlässigt hatte. Er führte das Mädchen dort hinauf, und dieses war glücklich, wenigstens von hier aus die Blicke über den geliebten See schweifen zu lassen. Kaum hatten sie dort einen Augenblick gestanden, als in der Nähe ein starkes Klappern ertönte, worauf sich die Fremde wie in freudigem Schreck plötzlich umwandte und den schwarzen Storch erblickte, der auf seinem Neste stand. Die Fremde war auf einmal wie verwandelt, ihr Angesicht strahlte rosig von Hoffnung und Glück, und sie beschrieb mit den Armen seltsame Zeichen, die den Storch veranlassten, sein Nest zu verlassen und sich auf das Geländer der Turmgalerie zu schwingen, wo er stand, als erwarte er ihre Befehle. Sie nahm eine feine Goldkette vom Halse, an der eine fremdartige Münze hing, und streifte sie dem Vogel über. Dieser legte den Kopf in den Nacken, klapperte ganz gewaltig, erhob sich in die Luft, schwang sich in eilendem Fluge davon, und verlor sich bald in der Finsternis des über dem See aufsteigenden Gewitters. Mit leuchtenden Augen blickte die Fremde ihm nach, und alle Traurigkeit war aus ihren Zügen verschwunden. Unterdessen war das Gewitter weiter heraufgekommen, und der See lag finster im Widerschein der dunklen Wolken da. In der Ferne sah man in langen Streifen den Regen niedergehen, durchzuckt von zackigen Blitzen, deren Donner drohend grollte. Dort brauste auch schon der Sturm einher und rückte näher, was sich durch das fortschreitende Schäumen und Wogen des Sees kenntlich machte. Fridolin rief, »Wir müssen hinunter, hier oben wird es gefährlich!« Allein das Mädchen achtete gar nicht darauf, sondern schaute nur unverwandt mit leuchtenden Augen in die Ferne. Da plötzlich tauchte in dem finsteren Dunste ein weißer Schimmer auf, wie ein Wölkchen, das eilend voranfliegt, und nahte sich wie auf Flügeln des Sturmes. Es war ein weißer, wehender Schleier, den der schwarze Storch im Schnabel trug. Das Mädchen streckte ihm beide Arme entgegen, als er heranbrauste, und ergriff das zarte Gespinst und drückte es an ihre Lippen. Dann, während der Sturm heranjagte und unter dem krachenden Rollen des Donners die ersten schweren Tropfen fielen, schwang sie den Schleier über ihrem Haupte und lief so eilend die Treppe hinab, dass Fridolin ihr kaum folgen konnte. Wie eine weiße Taube fliegt, so schnell lief sie durch den Garten zum Seeufer, wo ihr Schifflein angebunden lag. Sie sprang hinein und befestigte den Schleier an der Spitze des Karnes, während Fridolin wie betäubt am Ufer stand und nicht begriff, was ihre Absicht war. Als sie ihn erblickte, sprang sie wie der Blitz noch einmal heraus, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Dann eilte sie in das Schifflein zurück, streckte gebietend ihren Arm aus und gegen Regen, Wellen und Sturm kämpfend setzte sich dieses in Bewegung. Und indem die Donner mächtig krachten und die Blitze blendend hernieder fuhren, schwamm es in den wogenden See hinaus. Die Fremde stand aufgerichtet im Kane, ihre Haare flogen wie eine goldene Flamme im Winde und von ihrer weißen Gestalt ging ein magisches Leuchten aus. So trugen die Wogen sie und ihr Schifflein auf und nieder durch den sprühenden Schaum. Und immer hielt sie die Augen rückwärts gerichtet auf Fridolin und winkte und grüßte mit schimmernden Händen, bis sie in der trüben Dämmerung des mächtig herniederströmenden Regens verschwand. Wie ein holder, aber kurzer Traum war die Anwesenheit der Fremden auf dem alten Jagdschlosse vorübergegangen. Auf seltsame Weise war sie angekommen, auf noch seltsamere wieder entschwunden. Und keine Spur von ihr wollte sich wieder zeigen, so oft Fridolin von dem Turme aus auf den See spähte oder in seinem Boote weit hinaus fuhr. Nur eines Sommermittags war ihm, als sähe in der Ferne auf der glatten Fläche etwas schwimmen wie ein dämmeriges Wölkchen, während ein seltsam liebliches Kling die sonnige Luft durchzog. Als er aber eilig hinausruderte, war alles bereits wieder entschwunden. Doch häufiger als sonst fand er am Gestade die wunderbaren Blumen und Früchte. Einst, als er an dem Vorsprung einer mit hohem Schilf umgebenden Lanzung in seinem Boote geangelt und bewältigt durch die sommerliche Hitze zurückgesunken und fast eingeschlafen war, hörte er plötzlich ein Sausen über sich. Ein Schatten zog ihm über das Gesicht und zugleich fühlte er, dass ein leichter Gegenstand auf seine Brust niederfiel. Er richtete sich schnell auf und blickte umher, konnte aber weiter nichts bemerken als den schwarzen Storch, der auf sein Nest zuflog. Bei der raschen Bewegung war mit leichtem Klirren etwas auf den Boden des Karnes niedergefallen. Er griff danach und fand eine runde, glatte Kapsel von Gold, die an einer feinen Kette hing. Darin befand sich weiter nichts als ein Spiegel von Kristall. Als Fridolin aufmerksam in diesen Spiegel hineinschaute, ging eine leichte Trübung über seine Fläche. Dann schimmerte es rosig und golden darüber hin und verstärkte und verdichtete sich zu einem lieblichen Mädchenantlitz, das ihm lächelnd entgegenschaute. Es war das Bild der Fremden in all ihrem Liebreiz. Dieser Wunderspiegel war nun sein köstlichstes Besitztum. Er trug ihn stets am Halse unter seiner Kleidung verborgen und trennte sich niemals von ihm. Die Zeit verstrich und ein Jahr ging vorüber. Da begab es sich, dass böse Tage über das Land kam, in dem ein langwieriger Krieg ausbrach, der in seinem Gefolge Hungersnot und Pest mit sich führte. Zwar das einsame Schloss am See blieb wegen seiner verborgenen Lage von den Nöten des Krieges verschont, allein die Nachrichten, die der alte Jäger oder sonst ein versprengter Wanderer brachte, waren sehr trauriger Art. Zuletzt kam auch der alte Jäger nicht mehr, denn er war in der Pest gestorben. Um diese Zeit gelangte ein fremder Handelsmann, der sich im Walde verirrt hatte, durch Zufall auf das Schloss. Er führte einen Esel mit sich, der mit Stoffen und Kleidungsstücken und allerlei Waren reich beladen war. Fredolins Mutter kaufte ihm einige von diesen Gegenständen ab, was sie wohl unterlassen hätte, wenn ihr bekannt gewesen wäre? Dass fast alle diese Sachen aus dem Nachlass solcher Leute stammten, die an der Pest gestorben waren. So ward die Ansteckung in das einsame Waldschloss getragen, und beide Eltern starben kurz hintereinander. Auch der Handelsmann entging diesem Schicksal nicht, erwart an einer entlegenen Stelle des Waldes von der Krankheit hingestreckt und verkam. Die Überreste seines Leichnams fanden Holzsammler erst nach langen Jahren. Nach diesen traurigen Ereignissen ward ein anderer Verwalter auf das Schloss gesetzt. Dieser, der ein geldgieriger und hartherziger Mann war, hielt Fredolin so gleich vor, dass seine Eltern ihm nichts hinterlassen hätten und er nun sein Brot durch tüchtige Arbeit verdienen müsse. Und er benutzte dies als einen Vorwand, die Kräfte des Knaben vom Morgen bis in die Nacht anzuspannen und ihn mit harten Worten zu arbeiten anzuhalten, die für seinen jugendlichen Körper fast zu schwer waren. Die Erinnerung an bessere Zeiten, der wunderbare Spiegel und die Hoffnung, die schöne Fremde noch einmal wiederzusehen, der ihm in dieser Zeit der Mühsal blieb und ihn Unfreundlichkeit und harte Behandlung vergessen ließ. Der Spiegel in der goldenen Kapsel war sein größter Schatz und allemal, wenn er sich in einem der wenigen freien Augenblicke, die ihm spärlich zugemessen waren, unbeobachtet glaubte, zog er das sorglich verborgen gehaltene Kleinod hervor und betrachtete die anmutigen Züge, die aus dem klaren Kristall so lieblich hervorleuchteten. Das Bildnis lächelte nicht mehr wie einstmals. Ein sanfter Ernst war über das Antlitz verbreitet und die Augen blickten wie voll milder Teilnahme, als wüssten sie alles, was geschehen war. Ja, eines Tages, da ihn der neue Verwalter besonders hart behandelt hatte, war ihm, als nickte das Bildnis ihm freundlich zu und ein sanftes Klingen entstand in der Luft, das sich deutlich zu den Worten formte, »Vertraue nur, es kommt die Zeit, die dich befreit, sie ist nicht weit, sie ist nicht weit, vertraue nur.« Schon oft hatte Fridolin erwogen, ob er nicht fliehen solle und sein Glück in der weiten Welt versuchen, als ein Jäger oder ein Kriegsmann, allein, er konnte sich von dem See nicht trennen, an den sich so liebliche Erinnerungen und Hoffnungen knüpften. Und dieser soeben erzählte Vorgang bestärkte ihn in dem Vorsatze, getreulich auszuhalten und zu warten, was die Zeit bringen würde. Jedoch eines Tages trat ein Ereignis ein, das seinem Leben eine neue, unvorhergesehene Wendung gab. An einem Sonntag stand er an einer verborgenen Stelle des Gartens nahe dem Seeufer, hat er den Spiegel hervorgezogen und war so in die Betrachtung des leblichen Bildes vertieft, dass er nicht eher das Nahen des Verwalters bemerkte, als bis dieser dicht vor ihm stand. Als er nun schnell und erschrocken das Kleinod in seiner Kleidung verbarg, rief jener, »Was versteckst du da? Her damit! Ich will es sehen!« Fridolin hielt entschlossen die Hand auf die Brust gedrückt und schüttelte den Kopf. »Was? Du weigerst dich?« rief der Verwalter und hob ein wenig den Stock, den er in der Hand trug. »Wie kommst du zu, Gold und Edelstein? Wo hast du es genommen?« »Ich habe es nicht genommen,« sagte Fridolin, »und ich werde es nicht zeigen. Dies ist mein Eigentum, das mir niemand nehmen darf.« »Was, Junge? Du weigerst dich?« schrie der Verwalter und wurde dunkelrot vor Zorn. Er hob den Stock und holte zum Schlager aus. Fridolin sprang leichtfüßig ein paar Schritte zurück und rief, »Das sage ich euch. Wenn ihr mich schlagt, dann wehre ich mich. Ihr habt kein Recht, mich zu schlagen.« Dies brachte den Mann vollends in Wut. Er stürzte auf Fridolin zu, indem er rief, »Dich will ich mürbe machen!« Allein jener hatte sich unterdes nach einem Gegenstande umgesehen, der zu seiner Verteidigung dienen könnte. und da er weiter nichts bemerkte als einige Stangen und Ruder, die im Boote lagen, so war ihm plötzlich ein anderer Gedanke gekommen. Er eilte schnell ans Ufer, sprang in das Fahrzeug und stieß es mit raschem Stoß vom Lande ab. Er war auf einmal entschlossen, nicht wieder in das Schloss zurückzukehren, mochte es kommen, wie es wollte. Der Verwalter stand außer sich vor Wut am Ufer und befahl ihm unter den furchtbarsten Drohungen, sofort wieder ans Land zu kommen. Allein Fridolin ergriff wohlgemutes Ruder und trieb das Boot mit kräftigen Schlägen in den See hinaus. Dann schwenkte er noch einmal die Mütze gegen den Tobenden am Ufer, rief ihm ein fröhliches Lebewohl zu und überließ ihn mit erleichtertem Herzen seinem furchtlosen Zorn. Fridolin hatte bei seinen früheren Fahrten zuweilen eine Insel in der Ferne liegen sehen. Dahin beschloss er seine Fahrt nun zu richten. Man sagte, es solle dort schon seit vielen Jahren einsiedlerisch ein Mann leben, der sich aus einem geräuschvollen Welttreiben dorthin zurückgezogen hätte. Fischer wollten ihn voll Ferne gesehen haben, wie in einem Karne, der aus einem ausgehüllten Baumstamme gemacht war, auf dem See geangelt habe. Auch konnte man zuweilen an stillen, klaren Tagen den schmalen Rauchfaden eines Feuers aus den waldigen Wipfeln der Insel hervorsteigen sehen. Jedoch eine abergläubische Furcht vor dem Manne, den man für ein seltsames und gespenstisches Wesen hielt, hatte die Leute abgehalten, ihn anzureden, und keiner würde es gewagt haben, diese Insel freiwillig zu betreten. Der Tag war heiß und der Weg war weit. Erst spät am Nachmittag lief das Boot in eine stille Bucht der Insel ein. Zum Glück für Fridolin war alles nötige Angelgerät wie gewöhnlich in seinem Fahrzeuge vorhanden, und so begab er sich sofort daran, für sein Abendbrot zu sorgen, was umso notwendiger war, als er den Tag über fast noch gar nichts gegessen hatte. Es gelang ihm auch nach kurzer Zeit einen ziemlich großen Fisch zu fangen. Er zog sein Boot ans Land, machte ein Feuer an und briet seine Beute, so gut er es vermochte. Dann hielt er im Angesichte der untergehenden Sonne seine Abendmahlzeit, legte sich ins Gras und entschlief nach den Anstrengungen des Tages süß und sanft, indes über ihm die funkelnden Sterne gemessen ihre urewige Bahn zogen. Als am anderen Morgen mit Sonnenaufgang erwachte, stand vor ihm ein seltsam in Tierfälle gekleideter Mann. Er trug keine Kopfbedeckung als seine kurzgelockten weißen Haare. Sein Antlitz war von der Sonne und Luft tief gebräunt und ein langer weißer Bart wahlte hernieder. Steh auf und folge mir, sagte dieser Mann mit schwerer Zunge. Es war zu bemerken, dass er durch lange Jahre des Sprechens ungewohnt war. Seid ihr der Mann, den die Leute den Einsiedler nennen? fragte Fridolin. Ich bin es, sagte jener und fuhr dann fort, wie süß es ist, ein Menschenantlitz wiederzusehen und eines Menschen Stimme zu hören. Ich dachte, dessen mein Leben lang nicht mehr zu bedürfen, da mir so viel Übles in der Welt geschehen ist. Sprich nur, lieber Junge, und erzähle mir, was dich antrieb, diese Einsamkeit aufzusuchen. Fridolin teilte dem Manne, während sie beide auf dem sandigen Seeufer dahinschritten, die Geschichte seines Lebens mit. Also die schwimmende Insel willst du aufsuchen? fragte dieser, als der Knabe seine Mitteilung beendigt hatte. Ach, sie zu finden, ist nicht so schwer, wenn man ernstlich darauf bedacht ist. Aber sie zu erreichen und des Glückes teilhaftig zu werden, dass ihre Bewohner genießen, das gelingt nur wenigen. Wenn du ein Erwählter bist, nur dann darfst du darauf hoffen. Bist du es nicht, so ergeht es dir wie mir, der ich auch in jüngeren Jahren mit aller Kraft meiner Seele dieses Glücks erstrebt und nicht erreicht habe. Mir ist nichts geblieben, als die unstillbare Sehnsucht und von Zeit zu Zeit der Anblick dieser seligen Insel, die mir unerreichbar und verschlossen ist. Unterdessen waren sie an einen Ort gekommen, wo aus einer Talsenkung hervor ein plätschernder Quellbach zwischen Farnkraut und bemursten Steinblöcken dem See zu eilte. Sie gingen eine kleine Strecke dem Lauf dieses munteren Wassers entgegen und gelangten an den Ort, wo der Einsiedler seine von wilden Rosen überrangte Hütte erbaut hatte. Vor der Tür waren ein Bänklein und ein Tisch angebracht, von welchem Orte aus man das grüne Quellental entlang durch eine von Baumwipfeln überwölkte Lücke über den flimmernden See hinaus sah. Als sie sich hier gesetzt und Fridolin sich an Speise und Trank erquickt hatte, sagte der Einsiedler ferner zu ihm, »Du kannst hier bei mir bleiben, bis die Zeit günstig es wird nicht lange mehr hin sein. Ich weiß, dass die Insel sich am Tage der Sonnenwende zur Mittagszeit blicken lassen wird. Du wirst dein Glück also noch in dieser Woche versuchen können, denn dieser Tag ist übermorgen. Fridolin schaffte im Laufe des Nachmittags sein Boot herbei und machte es fest in der kleinen Bucht, in die sich der Bacher goss. Am Tage der Sonnenwende begab er sich mit dem alten Einsiedler dorthin. Dieser legte ihm die Hand auf das Haupt und segnete ihn. Dann machte Fridolin den Kahn los und wollte gerade in den See hinausrudern, als sich ein liebliches Singen und Klingen vernehmen ließ und es plötzlich hinter dem Waldvorsprung grün, golden und farbig hervorschimmerte. Es war die schwimmende Insel, die leuchtend im Sonnenschein langsam wie ein Schwan vorüberzog. Schöne Menschen sah man dort wandeln unter blühenden Fruchtbäumen. Und rings war das schimmernde Eiland umschwärmt von kleinen Schiffchen, in denen Jünglinge und Jungfrauen saßen, mit Gesichtern so rosig wie Apfelblüte und Haaren gleich gesponnenem Golde. Sie trieben unter lieblichem Singen und musizieren wieder das Fangespiel, das schon der Fischer damals gesehen hatte, aber diesmal waren es keine glänzenden Früchte, sondern schöne Blumensträuße, die die Luft wie ein bunter Regen erfüllten. Fridolin nahm sein Ruder zur Hand und trieb sein Boot auf die Insel zu. Aber seltsam, nun schien sich das wunderbare Eiland in gleicher Geschwindigkeit von ihm zu entfernen, denn er rückte ihm nicht näher, obgleich er seine Anstrengungen verdoppelte. Auch schien ihn niemand zu bemerken, denn kein Antlitz wandte sich ihm zu, und alle fuhren unbekümmert in ihren Beschäftigungen fort. Schon hatte er eine ganze Weile mit Anstrengung aller Kräfte gerodert und wollte fast verzagen, da er bemerkte, dass sich ein leichter, bläulicher Dunst um die Insel verbreitete und sie leise in Nebel hüllte. Da, im letzten Augenblick erinnerte er sich des magischen Spiegels, den er auf seiner Brust trug. Er riss ihn schnell hervor, richtete sich hoch auf und hielt ihn empor. Da begann der Kristall in seiner Hand zu funkeln und zu leuchten, und die Strahlen sammelten sich zu einem mächtigen Schein, vor dessen Glanz die Nebel sich lichteten und verteilten, bis alles wieder in neuer Klarheit dalag. Alle Gesichter waren Fridolin zugewendet und alle Hände ruhten plötzlich, so dass wie auf einen Schlag die fliegenden Blumensträuße aus der Luft verschwunden waren. Am Ufer sammelten sich die Leute in farbigem Gewimmel und aus den schimmernden Wohnungen, die weiterhin zwischen blühenden Gesträuchen lagen, eilten fortwährend noch andere herzu. Plötzlich teilte sich das Gedränge und machte einer hellen Mädchengestalt Platz, die eilig in eines der am Strande liegenden Schifflein sprang und unverweilt durch eine Gasse, die die anderen Fahrzeuge auf dem Wasser bildeten, auf Fridolin zufuhr. Er sah es wohl, es war die schöne Fremde. Der weiße Schleier wehte an der Spitze ihres Karnes und mit leuchtenden Augen streckte sie ihm die Arme entgegen und rief »Komm, oh komm, die Zeit ist vollendet!« Fridolin stieg zu ihr ins Schifflein und Hand in Hand fuhren sie der seligen Insel zu. Und während die Insassen der anderen Fahrzeuge lieblich musizierten und sangen, hielten sie sich zu beiden Seiten ihres Weges und warfen sich im Bogen mit eilfertiger Geschicklichkeit die bunten Sträuße zu, so dass die beiden gleichsam durch einen Laubengang von fliegenden Blumen ihren Einzug hielten. Der alte Einsiedler aber stand ferner am anderen Ufer und hielt seine Hände wie segnend empor gestreckt, während zwei große Tränen über seine gewäunten Wangen langsam herab rollten. Der Wassermann In Norddeutschland gibt es große buchtenreiche Seen, die sich zwischen bewaldeten Hügeln weithin erstrecken und mit grünen Inseln anmutig geziert sind. An einem solchen See, gerade an der Stelle, wo ein Bach einmündete, nachdem er weite, grüne Wiesentäler und rauschende Buchenwälder durchströmt hatte, lag in der Talsenkung ein Dorf mit seinen Feldern und Wiesen, recht wie eine Insel in den Wald eingesprengt. In diesem Dorfe wohnten nahe am Wasser ein Fischer und seine Frau mit einem kleinen Sohne, der Konrad hieß. Dessen liebste Spielgefährtin war Gertrud, die kleine Tochter des benachbarten Bauern. Da die Gärten der Eltern aneinander grenzten, so schlüpften die Kinder alle Tage durch eine Heckenlücke hinüber und herüber und jedes war in den Räumen des Nachbars ebenso zu Hause wie in den eigenen. Sie streiften auch gemeinsam an den Ufern des Sees umher, der stille, flache Buchten hatte, bedeckt mit weißen Wasserrosen oder von Rohrwäldern umsäumt war, in denen das schwarze Wasserhuhn und der Kragentaucher nisteten und die kleinen Rohrsänger unablässig ihren schwatzenen Gesang erhoben. An manchen Stellen war das frei und im Schlage der Wellen ausgesetzt. Dort suchten sie Muscheln und Steine und diese Schätze sammelten sie alle an einem verborgenen Ort zwischen den dichten Dornbüschen, wo in dem lehmigen Abhang eine kleine Höhlung war. Sie hatten dort große Muscheln wie längliche Schalen, die inwendig wie Perlmutter glänzten und Steine klar wie Glas oder weiß wie Milch. Manche waren von buntem Geäder anmutig durchzogen und einer, den sie besonders wert hielten, war durchscheint und glänzend, wenn man ihn gegen das Licht hielt, wie das Morgenrot. Auch Bernstein gelbe Donnerkeile bewahrten sie dort, von denen die Großmutter erzählt hatte, die seien mit dem Blitz vom Himmel gekommen. Doch der größte Schatz war ein glattpoliertes Steinbeil, wie es unsere heidnischen Vorfahren, die noch keine Eisenkanten zu benutzen pflegten. Die Kinder hatten es auf der benachbarten Insel gefunden, zu der Konrads Vater, wenn er zum Fischen ausfuhr, sie manchmal überzusetzen pflegte. Auf dieser Insel, die dicht mit großen Bäumen und niederem Buschwerk und Gestrüpp überwachsen war, sollte zur heidnischen Zeit ein Heiligtum gewesen sein. Und wirklich befand sich auch noch auf ihrem höchsten Punkt unter düsteren, uralten Eichen eine Anzahl mächtiger, mit Moos überwachsener Felsblöcke, die zu einem Kreise angeordnet waren. Einmal waren Konrad und Gertrud durch das Dickicht bis dahin vorgedrungen. Allein es war dort so düster und einsam und man hörte nichts als das Sausen des Windes in den Zweigen und den rauen, dumpfen Ruf eines Raben, der in den Eichen sein Nest hatte, so dass die Kinder einen Schauer anwandelte und sie eilig wieder an das Seeufer zurückkehrten, wo die freundliche Sonne schien und ihnen die glänzenden Wellen vertraut entgegenrauschten. Wenn der Winter herankam, so bot sich mannigfache andere Unterhaltung dar. Zuweilen trat auf lange Zeit strenge Kälte ein, ohne dass Schnee dazu fiel, und dann geschah es, dass sich der ganze See mit einer spiegelblanken sicheren Eisfläche bedeckte. Dann holte Konrad seine Schlittschuhe hervor und fuhr Gertrud in ihrem Schlitten weit hinaus, bis an die Insel und darüber hinweg. Am Abend saßen sie dann im Fischerhause in der Küche am warmen Herdfeuer und während draußen auf dem See von der strengen Kälte mit mächtig hallendem Donner von Ufer zu Ufer riesenlange Spalten in das Eis sprang, erzählte die Großmutter die schönsten Geschichten. Die Großmutter hatte ein Gesicht aus lauter kleinen Falten und Fällchen zusammengesetzt, aber ihre Augen waren noch hell und klar. Und wenn sie erzählte, da blickte sie unverwandt vor sich hin in die Dunkelheit, als sähe sie dort alles leibhaftig vor sich. Sie wusste alle Sagen aus der ganzen Umgegend und so viele Märchen, dass sie, wenn sie wollte, an jedem Winterabend ein Neues erzählen konnte. Eines Abends, als wieder einmal der zugefrorene See heftig rumorte und das hallende Rollen und Donnern gar nicht aufhörte, sagte sie, Unten auf dem Grunde, wo der See am tiefsten ist, hat der Wassermann sein Schloss aus Korallen, Muscheln und Bernstein, so herrlich, dass es gar nicht zu beschreiben ist. Ringsum liegt sein Garten, in dem sind die Steige mit Perlen bestreut, die Beete mit Perlmuttermuscheln eingefasst und die herrlichsten Blumen mit goldenen und silbernen Blättern und leuchtend wie Edelsteine wachsen darin. Dein Vater, Konrad, hat einmal in einer Vollmundnacht auf dem Grunde die ganze Herrlichkeit schimmern und glänzen sehen. Allein hat er nachher die Stelle niemals wiederfinden können. In dem Schlosse des Wassermannes sind viele herrliche Zimmer, doch eines davon enthält weiter nichts als an den Wänden viele Borte, an denen eine Menge von verschlossenen bauchigen Glasflaschen stehen. Sie sind mit Wasser gefüllt und zuweilen plätschert es darin als ein Fisch mit eingeschlossen. Allein man sieht nichts darin. Diese Flaschen enthalten die Seelen dem See ertrunkenen Menschen. Er selbst hat keine Seele, aber die Seelen anderer zu besitzen und festzuhalten gefällt ihm. Hört ihr, wie das Eis draußen donnert und heilt, wenn die Spalten hineinspringen? Das tut der Wassermann. Es behagt ihm nicht, dort unten im See wie in einem gläsernen Gefängnis zu sitzen, und da stemmt er sich mit mächtiger Kraft unter die Eisdecke, dass sie krachend zerspringt. Aber fortbringen kann er sie doch nicht, da muss er auch warten, bis vom Süden der Tauwind kommt. Wenn ihr einmal an einer verborgenen Stelle ein kreisrundes Loch im Eise findet, so groß wie ein Wagenrad, da verhütet euch, das ist das Wassermanns Ausguck. Die Ränder des Eises sind dort rund, wie abgeschliffen und das Wasser gefriert auch bei der strengsten Kälte nicht. Dort taucht er zuweilen auf und schaut nach dem Wetter, ob nicht bald der Südwind kommt. Auch lauert er gern unter dem Eise und zieht die herab, die dem Loch zu nahe kommen. Darum hütet euch davor. Kann man die armen Seelen gar nicht retten? fragte Gertrud plötzlich. Wer die Blume des Lebens findet und sie auf dem Herzen trägt, dem kann, solange ihr Duft andauert, das Wasser und der Wassermann nichts anhaben, sofern er der Verlockung widersteht, von dessen Speisen und Getränken zu genießen. Er darf ruhig ins Wasser springen und kann dort wie auf dem Lande leben und sich bewegen. Aber die Blume des Lebens ist sehr schwer zu finden. Sie blüht mitten im Winter an einsamen Orten aus dem Schnee hervor und wird sie nicht gepflückt, so vergeht sie wieder eine Stunde nach dem Aufblühen und löst sich in eitel Duft auf. Auf der Insel, wo das Heidenmal ist, soll sie einmal vor vielen Jahren eine hier aus dem Dorfe gesehen haben, wie sie mitten in dem großen Steinring aus dem Schnee gewachsen war, allein er hat sich gefürchtet und ist davon gelaufen. Also erzählte die Großmutter. Am anderen Tage hatte die strenge Kälte nachgelassen und es war ein schöner sonniger Wintertag. Nach dem Mittagessen setzte sich Gertrud in ihren Schlitten und Konrad fuhr sie auf den See hinaus. Sie hatten sich heute eine größere Reise vorgenommen und wollten ganz um die Insel herumfahren. So weit waren sie in früheren Jahren noch nie gekommen. Nach einer Viertelstunde unablässiger Fahrt waren sie in die Nähe der Insel gekommen und Konrad hielt an, um ein wenig zu verschnaufen. Dann wandte er sich seitlich, um das Eiland im großen Bogen zu umfahren. Das Eis war hier noch glatt und unberührt und sah schwarz und glänzend aus. Wenn Konrad jetzt den Schlitten anhielt, so hörte man nichts als das Flüstern des Windes in dem trockenen Schilfruhr am Ufersaum der Insel und ein Hallen und Tön in der Eisfläche, das sich von entfernten Orten her fort pflanzte. Vom Dorf sahen sie nichts mehr, weil sich die Insel davor geschoben hatte. Es war ganz einsam auf der sonnenbeglänzten Eisfläche. Ich fürchte mich, sagte Gertrud. Das Eis ist sicher, antwortete Konrad, der Vater hat's gesagt. Ich fürchte mich vor dem Wassermann, sagte Gertrud und schauderte zusammen. Es gibt gar keinen Wassermann, rief Konrad, das ist ja nur ein Märchen. Mit einem Male schraken die beiden Kinder zusammen, denn mit lautem Krachen sprang vor ihnen eine Spalte in das Eis und pflanzte sich mit laut nachhallendem Donner über den See hinfort. Das war er, das war hier, flüsterte Gertrud, lass uns umkehren. Aber Konrad beschwichtigte und tröstete sie und erklärte ihr, dass sie sich gerade auf der Mitte des Weges befinden und, wenn sie ihren Weg fortsetzten, ebenso rasch nach Hause kämen. Und so fuhren sie weiter. Sie kamen bald an einen Ort, wo sich eine rings von Ruhr besäumte kleine Bucht in die Insel hineinzog und einen abgeschlossenen, einsamen Winkel bildete. Als Gertrud dort hineinblickte, rief sie in plötzlichem Schrecken, siehst du dort, der Ausguck des Wassermannes war schnell vorüber. Aber Konrad, von Neugier erfüllt, hielt den Schlitten an und sagte, wenn man nur nicht herangeht, ist es nicht gefährlich. Sieh mal, es ist ganz so, wie es die Großmutter beschrieben hat. In einiger Entfernung war ein kreisrundes Loch im Eise, mit glatten Rändern und das Wasser darin war von dem leichten Luftzuge, der ringsum das welke Schilf flüstern machte, leicht gekräuselt. Als die Kinder nun unverwandt mit jener Bangigkeit, die das unheimliche Einfluss darauf hin starrten, blitzte es in dem Wasser plötzlich auf. Der goldene Rücken eines großen Fisches hob sich hervor und bewegte sich unruhig hin und her. Plötzlich fing das Tier an, mit dem Schwanze zu schlagen und sich empor zu schnellen und ehe es man sich versah, lag der armlange Fisch zappelnd auf dem Eise und strebte vergeblich wieder ins Wasser zurück. Solches Meerwunder hatten die Kinder noch niemals gesehen. Das Tier war lasurblau und goldengestreift und warf förmlich Funken in der Sonne. Konrad konnte seinen Jagdeifer nicht zähmen. Er rief, den muss ich haben. Und obgleich Gertrud bat und weinte, lief er auf den zappelnden Fisch zu und packte ihn mit beiden Händen um den glatten Leib. Aber kaum war dies geschehen, da glitt das Tier mit unwiderstehlicher Gewalt den Knaben mit sich reißend in das Loch zurück und in einem Augenblick waren beide verschwunden. Gertrud schrie und weinte, allein es blieb ihr nichts weiter übrig, als den Schlitten im Stich zu lassen und eilig nach Hause zu laufen, um unter fortwährenden Tränen das schreckliche Ereignis zu verkünden. Einige mutige Männer zogen mit dem Vater des Knaben mit Stangen hinaus und suchten den ganzen Grund in der Umgebung des Loches ab. Allein sie fanden nicht das Geringste. Trauer und Schrecken verbreitete sich in dem Dorf über das unglückliche Ende des kleinen Konrad, aber am traurigsten war doch Gertrud. Sie weinte Tag und Nacht so lange, bis sie keine Tränen mehr hatte. Dann kam eine Ruhe über sie und der Entschluss stand plötzlich fest, dass sie ihr Leben daran setzen wollte, den kleinen Konrad aus seiner Gefangenschaft zu retten. Sie nahm eine goldene Kapsel, die ein Andenken an ihre Mutter war, und hing sie so um den Hals, dass sie unter dem Kleider auf dem Herzen ruhte. Dann steckte sie ihre Taschen voll Brot, und an einem Sonntag in der Morgendämmerung machte sie sich auf, die Blume des Lebens zu suchen. Sie dachte, auf der Insel würde und müsste sie zu finden sein. In der Nacht war Schnee gefallen, und der See lag als eine weiße, unberührte Fläche vor ihr, und wie ein grauer Nebelhügel hob sich in der dunkle Mauer in großem Bogen die Feldmark umgab. Dann kam vom Kirchturm her die Klänge des Morgengläutes und schlang sich wie mit weichen Fäden mit weichen Fäden um ihr Herz, um sie zurückzuziehen, aber sie wendete sich und drang mutig in das schneebedeckte Dickicht ein. Sie hielt immer die Augen auf den Boden gerichtet und achtete es nicht, wenn die Zweige, die sie streifte, ihr den Schnee in Gesicht und Nacken schütteten. Sie zwängte sich durch das Gestrüpp und kroch durch die Lücken, aber immer war es vergeblich. Schon läutete es im Dorfe zum letzten Mal zur Kirche, schon hatte sie fast die ganze Insel durchsucht, aber immer noch nichts gefunden. Sie stieg den Hügel empor, wo die mächtigen Eichen ihre knorrigen Äste in die Luft streckten. Dort hatte die Blume schon einmal geblüht, es konnte ja wieder sein. Hier sah sie im Schnee, der sonst überall ganz unberührt und frisch war, plötzlich eine Menge von kleinen feinen Fußspuren, die alle auf den großen Steinring zuliefen. Sie folgte ihnen voll Verwunderung und fand, dass sie alle durch eine der Lücken in den Ring hineinführten und auf zwei der mächtigen Steinblöcke zugingen, die, mit den Häuptern gegeneinander geneigt, eine dunkle Höhlung bildeten. Als sie davor stand, sah sie, dass diese Öffnung wirklich der Eingang zu einer Höhle war. Eine warme Frühlingsluft und ein Duft nach grünen Waldkräutern und Feilchen wehte daraus hervor, so dass der Schnee am Rande der beiden Felsblöcke zerschmolz und in glänzenden Tropfen zu Boden fiel. Gertrude ging mutig hinein und schritt einen schmalen finsteren Gang hinab, der gerade so hoch war, dass sie ohne sich zu bücken darin gehen konnte. Allmählich war es heller und der Blumenduft stärker und endlich trat sie in einen hohlen Raum, der ganz von sanftem Licht erhellt war. Dieser helle Schein ging aber von einem wunderschönen nackten Kinder aus mit schimmernd weißen Gliedern, das inmitten der Höhle auf einem Bette von blühenden Feilchen lag und schlief. Aus den Wänden und aus der Decke dieses Raumes waren überall in dichter Fülle die mannig fachsten Frühlingsblumen hervorgewachsen als seine duftende Bekleidung und alle die tausend dicht gedrängten Blumensterne waren auf das schöne schlafende Kind gerichtet. Gertrud war bei diesem wunderbaren Anblick wie in Andacht versunken. Sie faltete die Hände und konnte kein Auge davon abwenden als plötzlich eine feine Stimme fragte Wer bist du die hier eintritt zur guten Stunde? Gertrud sah ein kleines grün gekleidetes Männchen mit eisgrauem Bart und einer roten Kappe vor sich stehen das sie mit gutmütigen Augen anblickte. Sie sprach ich suche die Blume des Lebens. Das Männchen erwiderte nur ein unschuldiges Herz und ein reiner Wille findet den Weg hier herein. Dein Begehren soll erfüllt werden. Unter dess waren noch mehr ebenso gekleidete Männchen aus dem Hintergrunde der Höhle gekommen und blickten Gertrud neugierig an. Dieser aber vermochte noch immer nicht die Augen von dem schlafenden Kinder abzuwenden und als der Alte das bemerkte sprach er »Du möchtest wissen, wer dieses schlafende Kind ist?« »Es ist das Jahr Kind, gutes Mädchen, und wir haben es in sicherer Hut, bis seine Zeit da ist. Die letzte Rose des Sommers trägt ungleich anderen Rosen ein Samenkorn wie eine Walnuss groß, das wir in unsere Pflege nehmen und sorglich behüten. Um die Zeit der Sonnenwende springt seine Schale und ein winziges Kindlein liegt darin. Das nähren und säugen wir mit Blumenhonig und Morgentau, bis dass es immer schlafend ein großer starker Knabe geworden ist und erwachsen hinaustritt in die winterliche Welt. Aus seinen Spuren wachsen Blumen und Gräser und unter seinen sonnigen Blicken ergrün die Bäume und eine Wolke von singenden Lärchen schwört über seinem Haupte. Es ist der künftige Frühling, der hier schläft. Nun erzähle uns auch deine Geschichte. Gertrud tat dies und die kleinen Männchen hörten voll Rührung zu. Dann sprach der Alte wieder Du bist der Blume des Lebens wert mutiges Mädchen. Zog eine silberne Schere aus dem Gürtel und schnitt von den Haaren des Jahrkindes, die so fein und golden wie Sonnenstrahlen waren, eines ab und reichte es Gertrud hin. Nimm Nimm dieses Haar, sagte er und lege es draußen auf den Schnee. Dann wird die Blume des Lebens hervorblühen. Dann reichten alle kleinen Männchen Gertrud die Hände und sie kehrten durch den Enggang wieder zurück. Aber er war jetzt nicht mehr dunkel, denn das Haar in ihrer Hand leuchtete ihr in mildem Lichte voran. Als sie draußen angelangt war, kniete sie nieder und legte das Haar auf den Boden. Als sei es glühend, versank es sofort in dem aufzischenden Schnee, der als bald in weitem Umkreis hinweg schmolz, dass der schwarze Boden frei ward. An der Stelle, wo das Haar versunken war, kam sogleich ein Keim aus der Erde und faltete sich zu einem Blätterstern aus leuchtendem Blaugrün auseinander, aus dessen Herzen ein Blütenschaft emporwuchs, der sich an seinem Ende zu einer Knospe verdickte. Diese schwoll an und deutete sich. Es ward ein Kling in der Luft wie ferner Lärchengesang, und plötzlich öffnete sich ein roter, strahlender Blütenstern, auf dessen Grunde leuchtende Fäden standen, fein und golden wie Sonnenstrahlen. Zugleich verbreitete sich rings um ein Duft, der so stark und herrlich war, dass Gertrud fast davon betäubt ward. Aber sie verlor nicht ihre Zeit. Mit bebenden Fingern und voller stummer Andacht brach sie die Blume und verbarg sie in der goldenen Kapsel an ihren Herzen. Dann ging sie eilfertig den Berg hinab zu der kleinen Bucht, wo sie bald das runde rechnet in der weißen Schneeflur erblickte. Sie ging darauf zu, sprach ein kurzes Gebet und die Hand aufs Herz gedrückt, wo ihr kostbarer Schatz ruhte, sprang sie mutig in die Tiefe. Das Wasser spritzte hoch auf und schlug über ihr zusammen. Eine Weile wogte und wallte es noch, bis es bald wieder glatt und blank dalag, als ein Nichts geschehen. Ringsum war alles still und einsam, nur ein kleiner Zaunkönig saß in dem Wipfel einer Eiche im Sonnenschein und sang ein kleines fröhliches Lied trotz Schnee und Eis und Winterkälte. Als Gertrud auf dem Grunde des Sees anlangte, empfand sie kaum, dass sie sich im Wasser bewegte. Nur fühlte sie, dass ein Element sie umschloss, schwerer und kühler als die Luft. Sie sah einen weißen, gewundenen Sandweg vor sich, der allmählich in die Tiefe führte. Sie schritt so schnell, sie konnte auf ihm dahin. Zur Seite wuchsen auf dem Grunde gefiederte Wasserpflanzen, die ihre feinen Blätter leise bewegten, wenn ein Fisch vorüberschwamm. Sie sah dies alles erst, nachdem sich ihre Augen, die aus der blendenden Helle kam, daran gewöhnt hatten, denn, weil Schnee auf der Eisdecke lag, herrschte unten eine trübe Dämmerung. Zuweilen kam eine ganze Schar kleiner Fische angeschwommen und schoss schnell an ihr vorüber, oder sie warteten, bis Gertrud vorbei war und stierten indessen mit dummen Augen auf sie hin. Manchmal erschreckte sie ein riesiger Hecht, der raubgierig zwischen den Wasserpflanzen kauerte und sie tückisch anglotzte. Einmal kam auch ein ungeheurer Wehl, zum dessen breites Maul die schmalen Bartfäden spielten. Es schwamm eine Weile neben ihr her und schien sich gewaltig zu wundern. Dann blieb er träge zurück und legte sich auf den Grund. Mächtige Aale glitten wie Schlangen über den Weg und Krebse schnellten eilig zurück ins Kraut, wenn sie vorüber kamen. Endlich gelangte sie an einen Ort, der so aussah wie eine große grüne Wiese und hier erblickte sie eine Gestalt, die in einiger Entfernung stand und auf sie hinblickte. Ein freudiger Schreck durchrieselte sie beim Näherkommen, denn sie sah, dass es Konrad war. Er stand dort mit einer Gärte in der Hand und hütete eine große Herde von alten bemoosten Karpfen, die so fett waren wie Schweine. Sie lief eilig auf ihn zu, ergriff seine Hand und rief, Konrad, komm mit mir, ich will dich retten, ich habe die Blume des Lebens. Der Knabe zog seine Hand aus der ihren, sah sie fremd an und sprach, deine Hand ist so warm, ich kenne dich nicht. Da fiel es ihr erst auf, dass er sich anfühlte, kalt wie Eis. In seinen Augen war ein leerer Glanz, wenn er sie anblickte, und sie sah mit einem Mal, dass er keine Seele mehr hatte. Das Mädchen brach in Tränen aus, und eine von ihnen fiel zufällig auf Konrads Hand. Da kam es plötzlich wie ein warmer Schein in seine Augen. Es war einen Augenblick, als ob er sie erkenne, allein sofort erlosch es wieder und erblickte so gleichgültig wie zuvor. Ich darf hier nicht fortgehen, sagte er dann. Ich muss die Karpfen hüten, wenn ich nicht gut aufpasse, wird der Wassermann mich beißen, er hat so spitze, grüne grüne Zähne. Traurig schritt Gertrud weiter und gelangte bald an einen Ort, wo der Garten des Wassermanns seinen Anfang nahm. Die seltsamsten Pflanzen wuchsen um sie her, mit feinem, goldenen und silbernem Blätterwerk wie Fischschuppen anzuschauen. Andere trugen wieder große, blaue oder rote, durchscheinende Blätter und wogten und schlängelten sich, als seien sie lebendig. Dazwischen schwammen Fische von unerhört seltsamen Form. Manche waren durchsichtig wie Glas und andere leuchteten in allen Farben wie Edelsteine. Dann dämmerte auch das Schloss des Wassermanns vor ihr auf und als sie ans Tor kam, schossen plötzlich zwei riesengroße Hechte, die dort Wache hielten, auf sie zu und zeigten grimmig ihre spitzen Zähne. Aber plötzlich verspürten sie die Wirkung der Blume des Lebens, fuhren eilig wieder zurück und glotzten nun von ferne auf sie hin. Gertrud trat in das Schloss ein und gelangte in einen großen Muschelsaal, in dessen Fußboden allerlei Fische mit kostbaren Steinen Steinen künstlich ausgelegt waren. Da saß der Wassermann hinter einem Tisch mit köstlichen Gerichten ganz allein und aß und trank blutroten Wein dazu. Er stierte mit tückischen Augen auf sie hin, fletschte seine grünen spitzen Zähne und schrie, was willst du hier Erden wollen? Du sollst mir Konrad wiedergeben, sagte Gertrud unerschrocken. Der Wassermann lachte hässlich. Der muss die Karpfen hüten, den kann ich nicht missen, sagte er. Auch hat er eine so unschuldige kleine Seele, die mir wohl gefällt. Du hast ja die Blume des Lebens, sieh zu, was du damit machen kannst. Dann lachte er wieder höhnisch, jedoch bald verzerrte er sein Gesicht zu einem freundlichen Grinsen und sagte, doch du bist nun mein Gast Kind, komm her und ich. Damit schob er die schönsten Speisen zu ihr hin und füllte einen goldenen Becher mit Wein. Gertrud war hungrig, sie hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und die Gerichte des Wassermannes dufteten sehr verführerisch. Allein sie hatte die Warnung der Großmutter nicht vergessen. Deshalb dankte sie, zog ein Stück Brot aus der Tasche und verzehrte es. Der Wassermann sah sie boshaft lauernd an. Der kleine Teufel ist gewitzigt, murmelte er zwischen den Zähnen. Dann dachte er weiter, ob er auch das Letzte weiß. Ich will das Mädchen hinhalten, bis nach drei Tagen der Duft ihrer Blume erloschen ist. Dann soll es meine Krauschen auf die Weide treiben. Er stellte sich nun sehr freundlich und führte Gertrud überall umher, zeigte ihr alle seine Schätze und Kostbarkeiten, nur das Zimmer mit den Flaschen nicht. Auch konnte Gertrud, soviel sie auch späte, keine Spur davon entdecken. So kam die Nacht heran, ohne dass sie Konrad wieder sah, denn der arme kleine Karpfenhüte schlief bei seiner Herde. Am Morgen des nächsten Tages war der Wassermann fort, denn über Nacht war starkes Tauwetter mit Regen eingetreten und er hatte sich in den Fluss begeben, da dort eine Überschwemmung bevorstand, woran er immer eine große Freude hatte. Den ganzen Tag suchte Gertrud nach dem verborgenen Zimmer, allein sie fand es nicht. Am Abend zog sie die goldene Kapsel mit der Blume hervor und fand, dass ihr Duft schon weit schwächer geworden war. Hätte sie gewusst, dass ihre Kraft mit Sonnenuntergang des nächsten Tages erloschen würde, da wäre ihre Angst groß gewesen. Am Morgen war sie wieder früh heraus und suchte. Alle Türen im Hause hatte sie wohl schon zehnmal geöffnet und alle Wände mit prüfenden Augen betrachtet allein, sie konnte nicht die geringste Spur des Geheimzimmers entdecken. Da, als sie gerade hinter einem Vorhang hervortreten wollte, sah sie plötzlich den Wassermann den Gang entlang huschen. Er trug eine Flasche in der Hand und sah sich vorsichtig um. Dann trat er an eine glatte Wand und drückte auf einen kleinen goldenen Fisch, der in dieser eingelassen war, worauf sich die Wand leise auftat. Der Wassermann ging hinein und kehrte nach einer kurzen Weile wieder ohne die Flasche zurück. Dann schritt er den Gang entlang und ging in den Muschelsaal. Gertrud blieb noch eine Weile mit pochendem Herzen hinter dem Vorhang. Dann schlich sie leise dem Wassermann nach und spähte durch eine Türspalte in den Saal. Dort sah sie, wie er einen mächtigen Becher Wein leerte, sich auf ein Polster legte und einschlief. Als ihr sein gewaltiges Schnarchen vernehmlich ward, ging sie eilig wieder zurück und drückte ebenfalls auf den goldenen Fisch. Die Wand tat sich auf und Gertrud trat in ein kleines dämmeriges Zimmer, dessen Fenster stark vergittert waren. Dort standen aber sehr viele Flaschen und ihr sank mit einem Mal der Mut, denn wie sollte sie die, die Konrad Seele enthielt, herausfinden? Als sie ganz verzagt die Blicke über alle die Flaschen gleiten ließ, fiel ihr ein kleines Schränkchen ins Auge, das sie vorhin übersehen hatte. Es war aber verschlossen. Sie nahm die Kapsel mit der Blume des Lebens hervor und hielt sie ans Schlüsselloch. Da sprang die Tür auf und es zeigte sich, dass dieser Schrank nur eine einzige gefüllte und eine leere Flasche enthielt. Gertrud holte die erste hervor und als sie sie aufmerksam betrachtete, plätscherte es deutlich darin und es war ihr, als ob ihr Konrads blaue Augen aus der spiegelnden Fläche entgegenschauten. Sie steckte die Flasche zu sich und öffnete dann nach der Reihe anderen, die dort auch noch standen. Mit leisem singendem Getönen wie Bienensum zogen die befreiten Seelen davon. Dann eilte Gertrud schnell weiter, füllte ihre Taschen im Vorübergehen mit so viel Perlen und Edelgestein als hineinging und lief davon, um Konrad zu suchen. Aber sie konnte ihn nicht finden. Eine entsetzliche Angst überfiel sie, denn der Mittag war schon vorüber und noch immer war Konrad nicht zu sehen. Endlich traf sie auf seine Karpfenherde und als sie ringsum alles absuchte, fand sie ihn, wie er in einer kleinen Bodensenkung lag und schlief. Sie teilte die Blume des Lebens, die nur noch sehr wenig Duft besaß, in zwei Teile und steckte den einen dem schlafenden Konrad in die Westentasche, den anderen behielt sie. Dann öffnete sie vorsichtig dicht vor seinem Munde die mitgebrachte Flasche. Sein Gesicht rötete sich plötzlich, warmes Leben rieselte durch seine Glieder, er schlug verwundert die Augen auf und wusste nicht, wo er sich befand. Aber Gertrud ließ ihm keine Zeit, sich zu besinnen, sie ergriff seine Hand und zog ihn mit sich fort. Sie fand den Weg wieder, der sie hergeführt hatte, und nach einer Weile standen sie unter dem Loche des Wassermannes, das sich in hellerem Schein gegen das Eis abzeichnete. Aber wie sollten sie da hinauf kommen, noch dazu mit der Last von Perlen und Edelgestein, die Gertrud zur Hälfte dem Knaben übergeben hatte? Schon wollte sie diese Schätze zurücklassen und Konrad, der schwimmen konnte, wollte Gertrud mit Empor heben, als sie plötzlich Schritte auf der Eisfläche vernahmen und sich dunkle Schatten dort bewegen sahen. Es war der Fischer und sein Nachbar, der Bauer, die noch einmal versuchen wollten, ob es ihnen nicht glücken würde, die Leichen ihrer versunkenen Kinder unter dem Eise aufzufinden. Plötzlich tauchte dann eine lange Stange mit einem Haken daran auf den Grund und war tastend umherbewegt. Sofort klammerten sich beide Kinder daran fest. Als man oben den Widerstand bemerkte, war die Stange sofort emporgezogen und wer beschreibt das Erstaunen und die Freude der beiden Väter, als ihre Kinder frisch und gesund aus der Flut hervortauchten. Kaum hatten sich alle eine Strecke von dem Loch entfernt, da entstand ein Brausen und Sausen unter der Eisdecke und plötzlich tauchte der Wassermann mit halbem Leibe hervor. Er schüttelte drohend seine haarigen Arme, fletschte die Zähne und heulte Verwut, allein es half ihm nichts mehr. Die beiden Väter zogen mit ihren Kindern fröhlich nach Hause und bald herrschte Jubel und Freude im ganzen Dorf über deren wunderbare Errettung. Die Schilfinsel Es war an einem schwülen Sommertage zur Mittagszeit, da fuhr ein alter Fischer mit seiner zwölfjährigen Tochter Hella über den See, der sich vor dem Fischerdorfe zwischen Wäldern und Buchten weit ins Land hinein zog. Das Mädchen ruderte und der Alte warf seine Netze aus. So weit wie heute war der Vater noch nie mit dem Kind hinausgefahren. Die Sonne brannte glühend heiß, die Luft war still und der See spiegel glatt. Die Hitze und die schwere Arbeit ermüdeten den alten Mann. Allmählich fielen ihm die Augen zu, sein Kopf nickte bald rechts, bald links auf die Schultern hin und zuletzt lehnte er sich an den Bord des Karnes und schlief sanft sanft und ruhig ein. Hella wollte den Vater nicht stören. Sie zog daher die Ruder ein und ließ das Fahrzeug auf dem glatten Wasser forttreiben. Nach und nach wurde ihr die Gegend ringsum immer fremdartiger und endlich erblickte sie zur Seite in einiger Entfernung eine kleine Insel, die war dicht mit Schilf und Rohr und hohen Blumen bewachsen. Aber das alles sah so wunderbar aus, wie sie es nie zuvor gesehen hatte. Fremde, schöne Vögel wiegten sich still auf den schlanken Halm. Prächtige Schmetterlinge blau, rot und goldig flatterten um die Blüten herum und ein leichter Wind wehte einen köstlichen Duft von den selten gestalteten Pflanzen herüber. Jetzt hörte sie auch, wie aus dem Schilfe feine, leise Töne herüberschalten, als ob Kinder dort auf kleinen Rohrpfeifen bliesen. Das klang so lieblich in der stillen Luft. Wie muss es da drinnen unter dem kühlen Schatten herrlich sein, dachte Heller. Und wir mögen nur die Leute sein, die da auf den Pfeifen blasen. Vielleicht sind es Fischerkinder so wie ich, es wäre doch lustig, sie kennenzulernen. Gar gerne wäre das Mädchen hingefahren, doch sie wagte es nicht, den Vater zu wecken, und ohne seinen Willen wollte sie es nicht tun. Aber die Töne wurden immer voller und lockender. Heller konnte sich nicht satt daran hören. Nur das Schnarchen des Vaters störte sie. Freilich war es ein Zeichen, wie fest er schlief. Der Wunsch, nur noch etwas näher an die Insel heranzurudern, wurde immer mächtiger in dem Kinder. Ich tue es, sprach sie endlich für sich. Der Vater schlief so fest, er wird ja nicht davon aufwachen. So sacht wie möglich schob sie die Ruder wieder ins Wasser hinaus, um zur Insel hinzufahren. Aber ehe sie sich's versah, glitt ihr das eine Ruder aus der Hand und fiel mit Gepolter in den Kahn. Der Alte wachte auf, verschlafen rieb er sich die Augen. Dann sah er sich um und horchte. Um Himmel zu »Wenn das ist ja die böse Insel«, rief er plötzlich ganz bleich verschreckend. »Halt dir die Ohren zu, Ella, halt dir die Ohren zu, liebes Kind. Die Nixen, wenn die Nixen ihre Lieder zu singen anfangen, dann bist du verloren.« Dabei risse ihr die Ruder aus der Hand. Das Mädchen erschrak, sie wusste nicht, was des Vaters Worte bedeuteten. Doch tat sie wie er befohlen. Mit aller möglichen Kraft wendete der Fischer rasch den Kahn um und ruderte so kräftig, dass das leichte Fahrzeug wie ein Pfeil über das Wasser dahinschoss. Bald waren sie auch wieder weit von der Insel weg und die Töne verhalten in der Ferne. Erst als nichts mehr davon zu hören war, erlaubte der Fischer seiner Tochter die Hände von den Ohren zu tun. Was war das denn für ein prächtiger Blumengarten, den wir da eben gesehen haben, Vater? Und wer hat darin so herrlich geblasen? fragte Hella. Ach, wie klang das doch so schön, so wunderschön! Der Alte hatte im Rudern nachgelassen, um sich von den schweren Anstrengungen zu erholen. Nachdem er tief Atem geschöpft, sprach er, Kind, Kind, denk nicht mehr an das, was du gesehen und gehört hast. Dank du Gott, dass wir der bösen Gefahr entkommen sind. Der Garten, den du geschaut hast, das war die böse Schilfinsel. Da sitzen am Tage die Nixenkinder darin und locken mit ihren Rohrflöten die Fischerkinder zu sich hin. Und dann singen sie nachher ihre Lieder vor und wenn die armen Menschenkinder die Lieder hören, wird es ihnen schwer, sie wieder zu vergessen. Wenn die Lieder aber hübsch sind, Vater, was ist denn so Schlimmes dabei? Wie? fragte Hella. Ach, wie dumm du da nur wieder fragst, sprach der Alte. Sehr Schlimmes ist dabei, sehr Schlimmes. Wer die nächsten Lieder nur einmal in seinem Leben gehört hat, der mag sie auch gern singen. Und wer sie singt und ist dann gerade auf dem See, der muss ins Wasser hinunter, er mag wollen oder nicht. Hella wollte noch mehr darüber fragen, aber der Vater rief, denk nicht mehr daran, ich befehle es dir, denk nicht mehr daran. Und was ich dir allen für allemal sage, dass du dich nie unterstehst, nach der Insel zu fahren. Wenn du es tust, so bist du verloren auf Lebenszeit. Und dass du auch keinem Menschen sagst, dass wir im nächsten Revier gewesen sind und die Insel gesehen haben. Das bringt uns bei den Leuten in böses Gerede. Und jetzt kein Wort mehr darüber. Hella schwieg. Sie kannte ihren Vater. Er war ein heftiger Mann und sprach nicht gern mehr, als notwendig musste. Aber immer und immer wieder kamen mir die hübschen Melodien in den Sinn, die sie noch eben gehört hatte. Unterdessen waren sie bei der Fischerhütte angekommen und Vater und Tochter stiegen ans Land, banden den Nachen an seinen Pfahl und trugen Fische, Netze und Ruder schweigend ins Haus. Kurze Zeit darauf starb der alte Fischer. Auf seinem Totenbette hatte er Hella noch einmal vor der bösen Insel gewarnt, und sie hatte ihm versprechen müssen, niemals da hinzufahren. Das verwaiste Mädchen wurde nun von anderen Fischersleuten an Kindesstadt angenommen und hielt sich in deren Hause brav und fleißig, freundlich und gut, wie früher, sodass alle Leute im Dorf sie lieb hatten. Nur beim Fischen war sie nicht mehr so eifrig wie sonst. Und das kam daher, weil die Neugierde, die verbotene Insel doch noch einmal zu sehen, ihr keine Ruhe ließ. Übrigens sprach sie mit niemandem darüber. Wohl ein Jahr war vergangen, da war Hella wieder einmal ganz allein zum Angeln hinausgefahren. Schon geraume Zeit war sie umhergerudert und hatte fast gar keine Fische gefangen. Wie sie nun fortwährend so ins Wasser niedersah, bemerkte sie, wie neben dem Kahn einige schön duftende Blumen daher schwammen. Sie fischte davon heraus, was sich mit der Hand ergreifen ließ, und betrachtete die Blüten mit großem Wohlgefallen. »Die sind gewiss von der Schilfinsel«, sprach sie für sich. »Ach, wer da hinkönnte! Aber ich darf ja nicht«, sagte sie nach einer Weile und sah traurig in die Ferne. Dann angelte sie weiter fort, aber kein Fischbiss an. Da kam ein großer Schmetterling durch die Luft geflogen, blau, rot und goldig, und er setzte sich auf die Blumen, die dem Kinn dem Schoß lagen. »Der ist gewiss von der Schilfinsel«, sprach sie wieder. »Ich möchte doch für mein Leben gern einmal dorthin fahren. Aber es geht ja doch nicht an«, rief sie nach einer Weile und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie nahm die Schürze vors Gesicht und weinte still vor sich hin. So saß sie längere Zeit und sah und hörte nichts. Da rauschte plötzlich etwas über ihrem Kopfe, und als sie aufsah, hatte sich vorne auf die Spitze des Nachens ein prächtiger Vogel hingesetzt. Der sah sie mit klugen, blanken Augen an und zwitscherte dabei mit so feiner Stimme, als wolle er ihr allerlei Geheimnisse erzählen. »Du kommst von der Schilfinsel, das sehe ich dir an«, sprach Heller. »Du liebes Tier, ach, wie schön ist alles, was von daher kommt. Nur ein einziges Mal sehen möchte ich die Nixenkinder, von denen der Vater sagte, dass sie so böse wären. Ich kann's mir gar nicht denken. Wüsste ich nur den Weg dahin, aber ich könnte ihn allein nicht wiederfinden.« Da hob sich der prächtige Vogel mit seinem glänzenden Gefieder in die Luft, und schwebte langsam um die nächste Waldecke. »Er wollte mir den Weg zur Insel zeigen«, sprach das Mädchen. »Ich muss doch sehen, wo er geblieben ist.« Sie ruderte ihm nach. Schon war sie nah an der Waldecke, als sie hörte, wie daheim in ihrem Dorfe die Kirchenglocken läuteten. Das klang so ernst und feierlich und erinnerte sie an ihren verstorbenen Vater und an ihr Versprechen, niemals zur Insel hinzufahren. Sie hielt mit dem Rudern an. Jetzt hob sich aber auch der Schmetterling von ihrem Schoß und flog ebenfalls um die Waldecke. Er las er ihm traurig nach. »Der ist nun auch fort«, rief sie. »Da will ich denn die schönen Blumen auch nur fortwerfen. Sie helfen mir ja doch nichts mehr.« Sie warf die Blumen in den See und auch sie schwamm denselben Weg, den der Vogel und der Schmetterling genommen hatten. Statt aber nun gleich ihren guten Vorsatz auszuführen, statt umzukehren und nach Hause zu fahren, ließ sie sich von einer sträflichen Neugierde betören. Sie wollte ja nur bis zur Waldecke fahren, um zu sehen, wo der Vogel, der Schmetterling und die Blumen geblieben wären. »Dann kehre ich auch gleich um«, sagte sie »und will nie, nie wieder an die Insel denken.« Mit eiliger Hast ruderte sie vorwärts, bis sie jenen waldigen Vorsprung erreicht hatte. Und siehe, da lag vor ihren Blicken das Zaubereiland in voller Pracht da. Sie erschrak, sie wollte umkehren und konnte doch nicht. Es war, als ob sie keine Kraft mehr in den Armen hatte, die Ruder zu führen. Schon klangen wieder die Flötentöne aus dem Schilf herüber, aber die Kirchenglocken im Dorfe verstummten. Sie hätte auch jetzt nicht mehr darauf geachtet. Der Vater, ihr Versprechen, alles war vergessen. Ihr Gewissen schwieg, sobald sie die lockenden Töne vernahm. »Ich muss hin, ich muss hin«, rief sie. »Mag daraus werden, was will«. Neue Kraft belebte sie wieder. Mit allem Eifer ergriff sie die Ruder, und die Tiere und die schwimmenden Blumen waren auch wieder da und flogen und zogen dem Nachen voran, der wie von unsichtbarer Macht getrieben über das Wasser dahin flog, als ob er selbst ein Vogel wäre. Bald hatte sie das schattige Eiland erreicht und sprang aus dem Nachen auf die farbigen Kiesel des Ufers. Mit klopfendem Herzen schlüpfte sie nun durch die schlanken Schilfhalme, die wie hohe Palmen über ihrem Kopf zusammenschlugen. Und bald hatte sie eine lichtere Stelle erreicht. Da saßen sie, die Nixenkinder, unter den schattigen Blumenbüschen und bliesen auf ihren Rohrpfeifchen. Die Kinder waren schön, mit blonden Locken und leuchtenden dunklen Augen. Sie lachten das Fischermädchen freundlich an, als sie aus dem Schilfe hervortrat, und bliesen ruhig weiter. Ella legte sich vor ihnen ins Gras und hörte zu, und es war ihr, als müsste sie immer da bleiben. Als aber die Sonne herabsank und schon nah am Untergehen war, da hörten erst die Nixenkinder aufzublasen und sprachen zu ihr, »Ella, jetzt besteige wieder deinen Nachen und fahre nach Hause, damit deine Pflegeeltern nicht schelten, wenn du zu spät kommst. Und morgen kommst du hübsch wieder. Da wollen wir dich den Ringel reinlehren und dir unsere Lieder vorsingen. Das wird dich freuen!« Ella tat, wie er geheißen war, bestieg den Nachen und fuhr heim. Sie war ganz glücklich über das, was sie erlebt hatte. Erst als sie sich ihrem Dorfe näherte, fiel es ihr mit einem Mal schwer aufs Herz, was die Pflegeeltern wohl sagen würden, dass sie so lange ausgeblieben sei und keine Fische mitgebracht habe. Mit traurigem Blick schaute sie auf die Netze zu ihren Füßen herunter und was sah sie? Da sprang und wimmelte es in den Netzen von den schönsten Fischen. Die hatten die Nixen ja heimlich hineingetan. Beruhigt stieg sie ans Land. Wie aber die Ihrigen die vielen Fische sahen, die sie mitbrachte, freuten sie sich und sie fragten nicht weiter nach, wo sie so lange geblieben wäre. Sie glaubten sicher, das Kind habe all die Fische selber gefangen. So fuhr nun Hella jeden Nachmittag zu der schönen Insel und brachte dort immer mehrere Stunden zu. Das Fischen verlernte sie fast ganz. Sie brauchte es ja nicht. Ihre Netze wurden auch ohne das jedes Mal von den Nixen mit Fischen angefüllt. Wie waren die Kinder freundlich und zutraulich zu ihr geworden? Sie lehrten sie allerlei hübsche Spiele, tanzten mit ihr den Ringel rein und sangen ihr Lieder vor, die klangen so schön, so wundervoll, dass Hella sie gar nicht mehr aus dem Sinn bekommen konnte. Fing aber der Tag an, zur Neige zu gehen und die Sonne senkte sich den Bergen zu. Da trieben die Nixen jedes Mal mit einer Art Unruhe ihren Gast an, doch nur ja schnell heimzukehren, ehe die Dunkelheit anbreche. Nun wurden die Abende aber immer schöner, denn es war die Zeit des Vollmondes. Gerne wäre Hella bei ihren Besuchen noch etwas länger auf der Insel geblieben, aber nach wie vor duldeten die Kleinen es nicht und taten gar geheimnisvoll, wenn sie fragte, warum sie denn nicht länger bleiben dürfe. Das machte das Mädchen neugierig und sie beschloss, der Sache auf die Spur zu kommen. Den anderen Tag, als sie wie gewöhnlich zur Insel gefahren war und die Zeit der Abfahrt herankam, nahm sie, wie sie es immer zu tun pflegte, von den Kindern Abschied und bestieg, nachdem sie durch die Schilfhecken geschlüpft war, ihren Nachen. Aber anstatt gleich nach Hause zu rudern, lenkte sie den Kahn leise in eine Bucht der Insel, wo sie durch die Blumenbüschel hindurch sehen konnte, was die nächsten Kinder vornehmen würden. Mit angehaltenem Atem saß sie in ihrem Schifflein da und lauschte. Die Sonne ging unter, der Vollmond trat klar hinter dem Walde hervor und wie seine glänzenden Strahlen über den See fielen, da wurde das Wasser plötzlich ganz durchsichtig und, oh Wunder, was erblickte sie da. Wie lauter Silber und Edelgestein schimmerte und flimmerte es auf dem Grunde des Sees herauf. Und was da so schimmerte und flimmerte, das waren lauter Bäume und Pflanzen, und die waren noch viel wunderbarer anzuschauen als alles, was sie bisher auf der Insel gesehen. Aber mitten unter den silbernen Bäumen stand ein großes, perlmutternes Schloss, ausgelegt mit roten Korallen und farbigen Muscheln, und bei dem Schloss stand ein Turm, der war von dem klarsten, durchsichtigen Bernstein erbaut, wie man ihn nur an den Ufern des Meeres zu finden pflegt. Und in jedem Stockwerk des Turms hing eine große Glocke von reinem Kristall. Das war ein Anblick. Ella sah und sah und konnte sich nicht satt sehen daran. Jetzt schien der Mond gerade auf das Schloss. Da hoben alle Kristallglocken des Turmes an, zu läuten. Das schien ein Zeichen für die Kinder auf der Insel zu sein. Noch einmal tanzten sie nach dem Takte der Glocken ihren Klingeltanz und sagten dazu, »Es ist Zeit, es ist Zeit ins Wasser, schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell!« Und dann sprangen sie alle zusammen in das stille Wasser hinunter. Ella sah ihnen staunend nach und erstarrte fast vor Schrecken über das, was sie jetzt erblickte. Dieselben Kinder, mit denen sie noch eben gespielt, waren im Wasser in ganz andere Geschöpfe verwandelt. Zwar hatten sie noch immer die lieblichen Gesichter mit den blonden Haaren und den schwarzen Augen, aber ihre Leibe waren jetzt mit Schuppen bedeckt. Und statt der Beine hatten sie garstige Fischschwänze mit breiten Flossen bekommen. Die marmen Mädchen lief ein Grausen über das Herz, als sie das erblickte. Sie wagte es nicht, sich in ihrem Karne zu rühren. Sie fürchtete, die Nixen da unten könnten sie bemerken und sie zu sich hinunterziehen. Erst als der Mond hinter die Wolken trat und der See im Abendwinde Wellen schlug, sodass der Blick in die Tiefe getrübt wurde, wagte es heller, nach Hause zu rudern. Ganz blass vor Schrecken über das, was sie erlebt, kam sie bei den ihrigen an. Als man sie fragte, was ihr fehlte, sagte sie, sie wäre krank und ging zu Bett. Da fiel ihr nun alles ein, was sich seit jener Fahrt, wo sie zuerst die Schilfinsel gesehen, mit ihr begeben hatte. Und unter heißen Tränen bereute sie nun ihre böse Neugier, ihren sträflichen Ungehorsam. Seit dieser Nacht fuhr sie nie mehr nach der bösen Insel hin. Und wieder war ein Jahr verstrichen. Heller zeigte sich in Gegenwart anderer Leute fleißig und gut wie früher. Zwar füllten sich ihre Netze nicht mehr von selbst an und sie musste tüchtig arbeiten, um Fische zu fangen, aber sie tat es gern. Sie hoffte, ihr früheres Vergehen wieder durch Arbeitsamkeit gut zu machen. Nur wenn sie allein war und sich von niemand belauscht glaubte, konnte sie nicht widerstehen. Da gab sie sich nach wie vor den Gedanken an die wundervolle Zauberinsel hin, statt dass es doch ihre Pflicht gewesen wäre, mit aller Kraft auch die leiseste Erinnerung daran zu unterdrücken. So sang sie, wo sie nur irgend konnte, jene Melodien leise vor sich hin, die sie von den nächsten Kindern gehört hatte. Nur auf dem See tat sie dies nicht. Nun begab es sich, dass einmal im Dorfe an einem schönen Samstagabend die Fischer Buben und Fischermädchen auf dem freien Platz am Ufer saßen. Die Burschen schnitzten an ihren Rudern und Angeln die dirnstrickten Netze und alle vertrieben sich dabei noch außerdem die Zeit gar anmutig, indem sie sich abwechselnd einander Geschichten erzählten und Lieder vorsangen. Hella pflegte bei solcher Gelegenheit, gewöhnlich auf einem großen weißen Stein zu sitzen, der rings vom Wasser umspült, nicht weit vom Ufer aus dem See hervorragte. Auch heute saß sie wieder da. Es hörte sich von dort aus der Gesang der anderen so hübsch an. Nun hatten die jungen Mädchen untereinander abgemacht, dass jede von ihnen der Reihe nach ein Lied singen müsse, die Älteste zuerst und sofort bis zu der Jüngsten unter ihnen und das war heller. Da gab es viel Schönes zu hören und über dem Singen war es spät geworden. Die Sonne war bereits hinter dem Walde untergegangen. Schon hatten die übrigen ihre Lieder beendet und jetzt kam die Reihe an heller. Alle waren begierig, sie zu hören, denn sie wusste die meisten und schönsten Lieder und trug sie mit so lieblicher Stimme vor wie keine andere. »Hella, komm herunter von deinem Stein«, riefen einige. »Setz dich hier in unseren Kreis, damit wir dich besser hören.« »Nein, nein«, riefen andere, »lass sie dort oben sitzen bleiben, es hört sich so viel schöner an, wenn der Gesang aus dem Wasser herüberschallt.« Hella blieb sitzen. Sie sang ein altes Fischerlied, das sie noch von ihrem Vater gelernt hatte. Das Lied klang fromm und feierlich durch den stillen Abend. Die Burschen und Mädchen ringsum horchten mit innigem Wohlgefallen und als das Lied beendet war, baten alle, »noch ein Lied, Hella, noch ein Lied!« »Ich weiß kein Schöneres als das«, sagte sie. »Dir wird schon etwas einfallen«, riefen die anderen und baten so dringend, dass das Mädchen es nicht abschlagen konnte. »Lasst mir nur eine kleine Weile Zeit, mich zu besinnen«, sprach sie. Nachdenken stützte sie ihren Kopf auf den Arm und schaute sinnend hinunter in das Wasser. Indessen war der Mond aufgegangen und schien hell auf die Stelle des Wassers, in die Hella hineinschaute. Da glaubte sie, eine große Blume zu sehen, die von den Wellen an den Stein herangespült wurde. Sie griff danach und indem sie die Blume immer und immer wieder betrachtete, versank sie ins Nachdenken und vergaß alles, was um sie her vorging. »Singe doch, Hella«, riefen die Mädchen, »es wird spät und bald ist Zeit, zur Ruhe zu gehen. Hella achtete aber noch immer nicht darauf. Sie sah nur in die Blume hinein, die sie in den Händen hielt. Plötzlich richtete sie sich hoch auf und mit klarer Stimme, dass es weit über den See durch die stille Nacht hinschallte, sagte sie, »Es ist Zeit, es ist Zeit, ins Wasser schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell.« Und wie sie das gesagt hatte, glitt sie von dem Stein hinunter und stürzte in den See. In demselben Augenblicke streckten sich weiße Kinderarme aus den Wellen herauf und zogen sie in den Abgrund zu sich nieder. Aus der Tiefe aber klang es herauf, als ob viele Stimmen denselben Vers mit heller Stimme nachsagten, bis er endlich im Rauschen der Wellen verhallte. »Was war das?« riefen die Mädchen. Und die Burschen eilten an den Strand, um der herabgestürzten nachzuspringen, damit sie sie retteten. Aber ein alter, achtzigjähriger Fischer, der auch hinzugetreten war, sprach, »Lasst gut sein, Kinder, ihr rettet sie nicht mehr. Hela ist von den Nixen herabgezogen. Ich war dabei, als ihr Vater auf dem Sterbebette sie warnte. Ich habe gehört, wie feierlich sie ihm versprach, sich nicht mit den falschen Kindern des Sees einzulassen. Sie folgte ihrem Vater nicht, und jetzt leidet sie die Strafe dafür. Und nach drei Tagen spülten die Wellen den toten Körper des armen Fischermädchens ans Ufer. Der alte Meerkönig und seine Töchter Da waren zwei kleine Knaben, die wohnten in einem kleinen Hause auf einer Insel am Strande. Ihr Vater war ein Lotse und ihr Großvater war es auch gewesen und Schiffe wollten sie werden. Aber der Mutter war das gar nicht lieb. Sie hatte der Sorgen wohl genug, weil der Vater es war, denn die Lotsen sind auch Schiffe und es ist doch gar zu gefahrvoll, so zeitlebens das liebe Brot auf dem Meere zu suchen. Und die Mutter hatte wohl Recht. Ja, ja, das hatte sie wohl. Das meinte doch auch der alte Großvater und alte Leute sind weise, sie haben ein langes Leben hinter sich und sprechen aus Erfahrung. Aber die beiden Knaben wollten Schiffer werden. Sie hatten sich ein niedliches Schiff gemacht und ließen das segeln in der Stube. Und die Mutter, die es gesehen, hatte den alten Großvater gerufen. Und Großvater hatte sie gesagt, da segeln sie schon wieder. Aber nichts da, Schiffer werden sie nicht, geh mal hin und vertreib ihnen die Lust daran. Und der Großvater hatte seinen Stuhl genommen und war hingegangen, da saß er nun, ihn die Lust daran zu vertreiben. also Schiffer sagte er. Und dann nahm er die Pfeife aus dem Mund, schlug ein Bein über das andere und kraute sich hinter den Ohren. Und die beiden Knaben wussten Bescheid, das tat er immer, wenn er ihnen etwas erzählen wollte. Und da erzählte er schon. Tief unten, sagte er, auf dem Grunde des Blauen Meeres steht ein großes Schloss. Es steht in einem großen Garten voll seltenen Gesträuchs und schattiger Grotten und ist von reinstem Kristall. Und wenn hier oben die Sonne scheint, dann blitzen und funkeln da unten alle seine Fenster. Und in dem Schloss da wohnt der alte Meerkönig mit seinen Töchtern, den Nixen. Er hat der Töchter wohl so viele, als sein Schloss Zimmer und Säle hat. Aber keinen einzigen Sohn hat der alte Meerkönig und keinen einzigen Bruder haben alle seine Töchter. Glänzend weiß ist sein königlich Gewand und so klar wie Wasser. Glänzend weiß ist auch sein Bart, er weilt ihm in langen Locken herunter bis über den Gürtel. Aber eine Krone trägt er nicht, der alte König. Er trägt nur ein Zepter, lang und dreizackig. Und wenn er es schwingt, so braust der Sturm und Bäumen sich die Wogen. Schwingt er es aber nicht, so herrscht Ruhe und Frieden in seinem großen Reich. Und hier oben, da plätschern die Wellen und singen allerlei Lieder. Und Sonne, Mond und Sterne, sie tanzen zu ihren Füßen. Und dann, gerade dann, aber nur, wenn es keiner sieht, kommt der alte König dahergefahren, auf seinem prächtigen Muschelwagen, von großen Delfinen gezogen. Und mit ihm kommen alle seine Töchter und alle Tiere des Meeres. Und auf den plätschernden Wellen, da wimmelt es dann von Millionen wunderbarer Gestalten. Oh, sagten die beiden Knaben, könnten wir das einmal sehen? Oh, sagte der alte Großvater, das möchtet ihr wohl, aber das bekommt keiner zu sehen. Woher weißt du es denn? Ich? Ich weiß es von der Großmutter. Der hat es wieder die Großmutter erzählt und der wieder die Großmutter. Aber gesehen hat es eigentlich doch keiner. Und auch von den Töchtern des alten Meerkönigs hat mir die Großmutter erzählt. Hört mal, was sie mir sagte. Da sind die Mädchen, sagte sie. Die können schwimmen, wie die Fische. Und wenn sie so schwimmen, gibt es gar keine Mädchen, die niedlicher wären als diese. Sie sind ja auch alle Prinzessinnen. Da kannst du dir wohl denken, dass sie schön sind. Wie Lilien und Rosen ist ihr Angesicht und ihre Augen, die blitzen wie die Sterne. Blendend weiß sind Brust und Arme, grün wie das Meer die Locken und durch die Locken da schlingen sich lange Schnüre schimmernder Perlen. Perlen tragen sie alle, die größten und die kostbarsten Perlen. Ihr ganzer Garten ist voll davon. Da liegen sie in blanken Schalen überall umher, so zahlreich wie bei uns die Steine. Aber eins, eins ist doch recht schlimm, all die hübschen Prinzessinnen haben gar keine Beine. Gar keine Beine? riefen die beiden Knaben verwundert. Aber Großvater, Prinzessinnen und keine Beine, dann sind sie ja nur halbe Prinzessinnen. Das sind sie auch, sagte der alte Großvater. Und auch nur halbe Menschen. Denn statt der Beine haben sie lange hässliche Schwänze, ordentlich mit Schuppen und Flossen, gerade wie bei den Fischen. Pfui, riefen entsetzt die beiden Knaben, das ist ja garstig. Gehastig, Mh, sagte der alte Großvater. Die Großmutter hat mir noch etwas viel Schlimmeres von ihnen erzählt. Sie wollte es auch nicht haben, dass ich Schiffer würde und erst recht nicht Lotse und meine Mutter auch nicht gerade wie die Eurige. Und als ich es nun doch werden wollte, da hat sich die Mutter hinter die Großmutter gemacht und die Großmutter sagte zu mir, Lotse willst du werden? Aber graut ihr denn gar nicht vor dem alten Meerkönig und seinen Töchtern? Den bösen Nixen? Noch was? sagte ich, das ist dummes Zeug. Ein Meerkönig gibt es gar nicht und auch keinen Nixen. Aber die Großmutter sagte zu mir, du Nase weiß, du wirst es früh genug erfahren. Woher kommt es denn, dass immer so viele Schiffe untergehen und so viele Menschen ertrinken? Das tut der alte Meerkönig mit seinen Töchtern, den Nixen. Er ist ein alter, brummiger Patron und sagt in meinem Reiche da bin ich Herr. Da haben die anderen nichts verloren. Aber die anderen, die sind alle gerade ebenso naseweiß wie du. Sie kehren sich wenig daran. Und da kommen sie denn auf ihren großen Schiffen einige sogar mit Feuer und Flammen. Und die Räder und Schrauben peitschen und schlagen die Wellen, dass sie schneeweiß werden von Gischt und Schaum und entsetzt übereinander stürzen. Und mit ungeheuren Lasten kommen sie und zwingen die armen Wellen sie zu tragen. Oder sie werfen wohl gar ihre großen Anker auf das schöne Schloss und in die funkelnden Fenster. Und auch auf ihren Böten und Yachten kommen sie in das Reich des Meerkönigs und verfolgen und rauben seine Tiere und stehlen ihm die Perlen und das schönste Gesträuch aus seinem Garten. Ja, sogar von seinem Königreiche stehlen sie ihm frech und schlau Stück um Stück und verbergen es hinter Bollwerken und hohen Deichen. Und wenn nun das alles der alte Meerkönig so merkt und sieht, ist es da ein Wunder, wenn er einmal böse wird und sein Zepter schwingt, dass der Sturm braust und sich die Wogen trümmen und die großen Schiffe so darauf tanzen, als wären sie alle nur Nuss schein. Du hast recht, Großmutter, sagte ich, wenn es wirklich der alte Meerkönig wäre, der es täte, aber ich glaube doch nicht daran und erst recht nicht an seine Töchter mit den Fisch Schwänzen. Du Nase weiß, sagte sie wieder, pass nur auf, du wirst sie schon einmal sehen. Und richtig, später habe ich sie auch wirklich einmal gesehen und da musste ich doch daran glauben. Aber hier oben, sagte die Großmutter wieder, auf ihren Schiffen und boten, die glauben es auch nicht, ebenso wie du, und wenn der alte Meerkönig auch einmal sein Zepter schwingt, sie machen sich nicht viel daraus. Es stürmt einmal wieder, sagen sie, und lassen sich gar nicht stören und treiben es nach wie vor. Und da unten in seinem großen Schlosse, da sitzt dann der alte Meerkönig und wird verdrießlich und immer verdrießlicher und sitzt den ganzen Tag und fängt Grillen. Du bist doch ein armer König, denkt er, weil du gar keine Söhne hast. Hättest du nur Söhne, dass sie dir helfen, dein Reich zu verteidigen. Und Grillen fangen auch seine Töchter, die Nixen. Sie langweilen sich, weil sie gar keine Brüder haben, mit denen sie spielen und die sie lieb haben könnten. Und hätten alle eine jede doch gar zu gerne einen Bruder. Und da kommen sie alle und bitten und quälen den alten Vater Meerkönig und machen ihm den Kopf noch immer heißer. Vater Meerkönig, sagen sie, bitte, bitte, schwing einmal dein Zepter, dass wir Brüder bekommen, zu gespielen, und du Söhne zur Hilfe gegen die bösen Menschen da oben. Siehst du wohl, da schlagen und peitschen sie schon wieder die armen Wellen und werfen ihre großen Anker uns nur so gerade in die Fenster. Da verfolgen und rauben sie schon wieder deine Tiere. Da stehlen sie dir schon wieder die Perlen und das schönste Sträuch aus deinem Garten. Vater Meerkönig, schwing dein Zepter, da rauben sie dir schon wieder ein Stück von deinem Reiche. Und dann ist das Maß voll, dann schwingt der alte Meerkönig das Zepter noch viel gewaltiger als sonst, und immer mächtiger erbraust der Sturm, immer entsetzlicher tobt das Meer. Und die größten Schiffe schleudert er nur so gegen die Felsen, dass sie knacksagen wie ein Stock, den man entzweibricht. Und über Deiche und Dämme braust die Flut, alles niederreißend, was hier im Wege steht, und alles wieder nehmend, was man dem alten Meerkönig von seinem Reiche gestohlen hat. Großvater, sagten die beiden Knaben, gerade wie im vorigen Jahre, als der Sturmwind einmal so brauste und das Meer so hoch ging und der Mutter bange war, weißt du noch, das Wasser wollte schon in unseren Garten hinein und allenthalben waren Schiffe untergegangen und Menschen ertrunken. Ja, sagte der alte Großvater, gerade wie im vorigen Jahre und zu weilen wohl auch noch schlimmer. Und dann passen sie auf, alle seine Töchter, die bösen Nächsen, einige hier, andere dort, überall im weiten Meer und auf den Wogen treibend. Und wo ein Schiff dann im Sturme ringt, gleich merken sie's und gleich sind sie da. Oder wo die Flut über Deiche und Dämme braust, gleich folgen sie nach und haben ihre Lust daran. Ei, denken sie, nun bekommen wir Brüder. Nur immer besser, Vater Meer mehr König und wehe den armen Schiff an deren Schiff dann zugrunde geht, wehe den armen Leuten, deren Haus dann die Flut begräbt. Da sind die Nächsen und umfangen und umarmen sie und wo immer noch einer treibt und sich zu retten hofft, er ist verloren, sobald sie ihn nur sehen. Du bist mein, du bist mein, rufen sie, und hinunter geht es in die unendliche Tiefe. Och, sagten die beiden Knaben, das ist grausig. Das sollte ich meinen, sagte der Großvater, ob und wie. Aber die Freude ist doch kurz. Kaum sind sie unten, so verwandelt sich der Jubel schon in Trauer. Denn von allen, die sie ins Schloss gebracht, ist keiner mehr am Leben. Still, bleich und tot sind sie alle. Alle. Und ein toter Bruder formt keiner Schwester mehr, ein toter Sohn keinem Vater. Da klagen und jammern sie denn, der alte Meerkönig und seine Tochter, wohl ebenso wie wir hier oben, wenn uns einer gestorben ist, den wir lieb hatten. Aber was hilft's? Die Toten muss man lassen und es dauert nicht lange, so sind sie alle wieder da, alle, die von den Nixen umarmt und heruntergezogen sind. Und dann treiben sie hier oben auf dem Wasser oder werden an den Strand gespült. Und die Leute, die sie finden, fischen sie auf und sagen, sie sind ertrunken. Aber die hier oben, die noch gut davon gekommen, kümmern sich wenig darum. Das war einmal wieder ein Orkan, sagen sie, und kaum ist er vorüber, so sind sie auch schon wieder da und treiben es nach wie vor. Und es wird nicht lange, so wird der alte Meerkönig schon wieder verdrießlich. Und da sitzt er wieder und fängt grillen. Und grillen fangen auch schon wieder seine Töchter. Hätte doch Söhne, hätten sie doch Brüder. Und es wird nicht lange, so ist das Maß schon wieder voll. Und dann schwingt wieder sein Zepter und dann haben wir es wieder einmal die alte Geschichte. So und so viele Schiffe zugrunde gegangen und so und so viele Menschen ertrunken. Oh, sagten wieder die beiden Knaben und der Jüngere stieß den Älteren an und sagte Nein, Bruder Fritz, ich will doch lieber kein Schiffer mehr werden. Und dann fragte er seinen Großvater Großvater, da holen die bösen Nixen auch wohl die Lotsen? Und der Großvater freute sich. Aha, dachte er, da hättest du schon dem einen die Lust daran vertrieben. Nun kriegst du wohl auch noch den Anderen. Und er fing lustig wieder an, weiter zu erzählen. Die Lotsen? fragte er, ob und wie, erst recht die Lotsen. Sie arbeiten dem alten Meerkönig und seinen Töchtern ja immer entgegen. Denn wären nicht die Lotsen, so würden wohl noch einmal so viele Schiffe zugrunde gehen. Und noch einmal so viele Menschen müssten ertrinken. Führen sie doch gerade die Schiffe an den Klippen und Untiefen vorüber und lotsen sie durch Sturm und Wogen drang in den schützenden Hafen. Aber darum hassen sie auch der Meerkönig und seine Töchter und trachten ihnen alle Zeit nach dem Leben. Wie sie sich freuen, können sie einmal einen Lotsen mit sich in die Tiefe ziehen. Ah, sagten wieder die beiden Knaben und der Jüngste fing an zu weinen. Er dachte an seinen Vater, der war ja auch ein Lotse und nun würden die Bösen Nixen ihn gewiss bald einmal holen. Doch der alte Großvater, als er merkte, was er angerichtet, beruhigte ihn wieder. Na, na, sagte er, wer heult denn gleich? Haben sie mich doch auch nicht geholt und den Vater holen sie auch nicht mehr. Denn hätten sie es gewollt, so wäre es längst geschehen. Er ist ihnen gewiss schon zu alt geworden. Und Bruder Fritz meinte es auch. Aber wo in aller Welt hatte denn der alte Großvater den alten Meerkönig und seine Töchter gesehen? Bruder Fritz wollte immer noch mehr wissen. Und der alte Großvater sollte es ihm erzählen. Na, ja, sagte er da, das ist wahr. Aber er wusste eigentlich noch gar nicht, was er sagen sollte, bis ihm mit einem Male ein glücklicher Einfall kam. Halt, dachte er, das geht. Und nun erzählte er dem Bruder Fritz, dass er sie schon als Schiffsjunge gesehen habe, auf seiner ersten Reise, aber weit von hier, in einer großen Stadt am Wasser. Und da habe der alte Meerkönig gestanden, so mitten auf dem Markt, wie er leibt und lebt, in seinem weißen Gewande und mit seinem großen weißen Bart, und in der rechten das Zepter, lang und dreizackig. Und rund um ihn herum hätten seine Töchter die nächsten gelegen, aber nicht alle, nur einige. Und es sei ihm, als sähe er sie noch, die hübschen Prinzessinnen mit ihren Lilien Gesichtern, mit ihren schneeweißen Armen und mit den langen Locken und all den Perlen darin, aber auch mit ihren garstigen Schwänzen, so ordentlich mit Flossen und voller Schuppen. Tja, hätte er es nur lieber nicht gesagt, denn nun wollte Bruder Fritz auch noch wissen, wie das möglich sei, der alte Meerkönig und seine Töchter da so mitten auf dem Markte. Und da hatte er den alten Großvater wieder in der Enge. Und der alte Großvater dachte, du musst ihm nur lieber die Wahrheit sagen, denn sonst fragt der Schelm von Junge doch noch immer weiter. Und da erzählte er ihm denn, dass es eigentlich doch nur ein großer Brunnen gewesen sei, auf dem der alte Meerkönig gestanden und seine Töchter so rund um ihn gelegen hätten. Alle von weißem Marmor. Und da wären sie noch heutigen Tags und spienen Wasser und alle Schiffe, welche dahin kämen, könnten es bezeugen. Aber damit hatte sich der alte Großvater gerade die Geschichte verdorben. Denn nun war dem Bruder Fritz auch einmal ein Einfall gekommen. Etch, etch, rief er, wenn sie da immer auf dem Markte stehen und Wasser speien, dann sind sie auch gar nicht mehr im Meere. Großvater, du hast mit uns deinen Scherz getrieben und die alte Großmutter hat es auch mit dir getan. Etch, und ich will doch ein Schiffer werden. Was sollte der alte Großvater dazu sagen? Er sagt, du Nase weiß, gerade wie die alte Großmutter es auch einmal zu ihm gesagt hatte. Und Bruder Fritz, dem hatte er die Lust daran doch nicht vertrieben. Ein Schiffer wollte er werden. Der alte Großvater, welcher das alles den beiden Knaben erzählt hatte, war längst gestorben. Aber das Märchen vom alten Meerkönig und seinen Töchtern hatten sie nicht wieder vergessen. Sie wussten es noch so gut, als hätten sie es erst heute von ihm erzählen hören. Und heute schwang der alte Meerkönig einmal wieder sein Zepter. Es war noch früh an Tage. Er hat es die ganze Nacht getan. Und in dem kleinen Hause auf der Insel am Strande, da saßen wieder die beiden Knaben. Sie saßen mit Vater und Mutter beim Morgenbrot. Ein gräuliches Wetter, sagte die Mutter. Gott lob mein Mann, dass du hier bist. Möchte doch heute keiner dich rufen, es würden wieder recht lange und ängstliche Stunden für mich sein, müsstest du bei diesem Wetter hinaus an Bord eines Schiffes. Nun sagte der Mann und wenn ich's müsste, so täte ich's doch. Es ist ein schöner Beruf, so anderen beizustehen, wo ihnen Gefahr droht. Und da es der meinige ist, täte ich ja nur meine Pflicht auch heute, wenn ich bei diesem Sturm mein Schiff durch den Sund lotste. Ein schöner Beruf, freilich, sagte wieder die Mutter. Wäre nur nicht so schwer und gefährlich. die Kühe hüten, als Lotse zu sein. Und immer heftiger wurde das Unwetter und immer lauter das aufgeregte Meer. Der Vater und die Knaben hatten ihre Lust daran. Sie stellten sich ans Fenster und schauten da rein. Wie mögt ihr nur so dastehen und euch darüber freuen? fragte sie. Ich begreife euch nicht. Es ist ja ein Wetter, als ob die Welt vergehen sollte. Nun, nun, sagte wieder der Vater, warum nicht? Wer die Sonne scheinen und das Land grünen lässt, dem müssen doch auch Wind und Wasser gehorchen, und der Sturm auf dem Meere kommt ebenso gut aus seiner Hand wie die Blume im Garten. Ich meine, da bleibt es sich gleich, ob man hier oder dort seine Nähe spürt und seine Allmacht bewundert. Was sollte die Mutter dagegen sagen? Sie ließ den Vater und die Knaben gewähren. Es war auch wohl die Furcht, die aus ihr redete. Das Mutterherz sorgt immer. Aber ein Lotse, was weiß der von Furcht? Und wer wie diese schon unzählige Male dem Sturm und dem Unwetter trotz geboten auf offener See und im offenen Boote wie könnte dem nur grauen im sicheren Hause? Und die Knaben? Fürchtete sich doch der Vater nicht, warum sollten sich die Kinder fürchten? Bruder Fritz, welch ein Wetter, rief der Jüngere, das tut der Meerkönig, die armen Schiffer. Aber Bruder Fritz, der lachte und sagte, Glaub nicht daran, ein Meerkönig gibt es nicht und auch keinen Nixen. Und immer gewaltiger brauste der Sturm, immer höher rollten die Wogen und der Vater zog die großen Stulpen an, setzte den Südwester auf und ging hinaus. Ihn trieb die Unruhe, er dachte an seinen Beruf und durch die Scheiben war nicht weit zu sehen. Aber bald kam er wieder. Nirgends auf hoher See war ein Segel zu erspähen. Es kann nicht lange mehr werden, sagte er. Der Sturm wird sich legen, ich weiß es an der Höhe des Wassers. Es steht nicht mehr weit vom Garten und höher pflegt es doch nur selten zu steigen. Aber es stieg immer höher und schon geraume Zeit war verstrichen seit der Vater es gesagt und es stieg noch immer höher. Und immer gewaltiger wurde der Sturm und immer wilder wurde das Meer. Wie toste und tobte heute auch das Wasser. Grau und dunkel hoch auf und niedersteigend eine wirre Masse von der Luft und dem Himmel gar nicht mehr zu unterscheiden. Und wie donnerten die Wogen und überstürzten sich im Rollen auf dem Sand des Strandes, dass der weiße Gischt prasselnd gegen die Scheiben flog und hoch über das Dach des kleinen Hauses. Und da stand auch schon das Wasser vor dem Garten, gerade wie vor Jahren, als es auch einmal so stürmte, als der alte Großvater noch lebte und der Mutter so bange war. Und neugierig guckten die beiden Knaben durch die Scheiben. Das Wasser im Garten! Nur einmal in ihrem Leben hatten sie es gesehen. Wären sie draußen mit ihrem Schiff, wie herrlich könnten sie es segeln lassen im Garten. Aber sie, die Mutter, wie still sie da sitzt, wie bleich sie ist. Bangt ihr denn schon wieder, dass sie auch immer gleich so furchtsam ist. Der Vater hat's ja gesagt, es kann nicht lange mehr wären. Und doch wehrte es noch länger. Und immer wütender tobte der Sturm, immer mächtiger bäumte sich das Meer, und über den ganzen Garten schäumten schon die Wogen. Und wieder trieb es den Vater hinaus, er war besorgt um sein Boot. Es lag seitwärts den Strand hinunter. Die Kette könnte zerreißen und das schöne Boot ihm zerschellen. Aber wo war das Boot? Die See hatte es vollgespült und auch kein Weg mehr dahin, das Wasser ging schon darüber, keine Spur und kein Steg mehr zu finden. Und schon stürzte die Brandung auch über den Strand und weit hin in die Ebene dahinter wälzte sie sich und wühlte schon ihr tosender Schwall über Äcker und Wiesen. Der stämmige Mann mit seinen großen Stulpen nur mit Mühe widerstand er noch der Strömung. Fort und fort stieg das Wasser, er musste eilen, dass er zurückkam, und das wütende Element peitschte ihn wieder nach Hause. Und da stand sein Häuschen schon ringsum flutet, wie mitten im Meere. Und als er es erreicht, erreicht es auch schon das Meer. Bis vor die Haustür brausten schon die Wogen. Aber der Vater hat es ja gesagt, es kann nicht lange mehr werden. Und als er in die Stube trat, da sagte er es wieder der sorgenden Mutter zum Troste. Und doch wehrte es noch länger, länger und immer länger. Und da, da, wie das klatschte, gegen die Haustür schlug schon die erste Woge, und entsetzt schrak die Mutter zusammen. Und immer wütender raste der Sturm, immer höher türmten sich die Wogen, und da, schon wieder, und da, schon wieder, und wie das dröhnte gegen Schloss und Riegel. Und da, da, am Fußboden in der Stube, da quoll es schon aus den Fugen der Bretter. hell und klar, wie hundert kleine sprudelnde Quellen. Die Flut, die Flut, schrie die Mutter. Herrgott, die Flut, sie kommt uns schon ins Haus, wir müssen fliehen. Aber wohin? Sie war ja auch schon längst da draußen im Wasser ringsum, nichts als Wasser, schon über die ganze Ebene, bis zu den fernen Hügeln. und ein schäumender Strom ergoss sich die brausende Masse über einen großen Teil der Insel schon von einem Strande bis zum anderen und über den anderen wieder ins Meer. So hatte sich denn auch der Vater geirrt, er, der wind- und wetterkundige Lotse. Eine solche Flut hatte er noch nie erlebt, hatte noch keiner erlebt auf der ganzen Insel. Aber eben darum glaubte er auch noch fort und fort, dass sie höher nun nicht mehr steigen werde. Und fort und fort tröstete er noch die Mutter. Es kann nicht lange mehr wehren. Und doch wehrte es noch länger. Und immer höher stieg es noch das rasende Meer, immer gewaltiger donnerten die Wogen gegen die Tür und Mauern. Wer rettet die Armen aus dem bedrängten Hause? Ja, wer rettet all die anderen? Es sind deren wohl schon viele, welche das tückische Meer überraschte. Eine solche Flut war seit Jahrhunderten nicht gewesen. Und noch immer stieg sie höher. Und aus der Stube flüchteten sich die Armen auf den Boden des Hauses. Und noch immer stieg sie höher. Und immer immer entsetzlicher heulte der Sturm. Da krachte auch schon die Haustür. Ein mächtiger Wogenschlag hatte sie zertrümmert. Da klirrten auch schon die Scheiben. Und das Meer brauste hindurch. Und immer höher stieg es noch, immer höher. Herr Gott im Himmel! Herr Gott im Himmel! Und wenn nun auch die Mauern stürzten! Wie bebte schon der Boden? Wie schwankte das Dach? Und da hocken sie und umklammern die Sparren und jammern und schreien um Hilfe. Aber wer sollte sie retten? Nur einer konnte es, der auch dem Sturm gebietet und dem Meere. Seine Liebe ist unendlich, aber seine Wege sind dunkel. Ein entsetzlicher Wogen schwall hoch hinaus bis auf die Fürste des Hauses. Ein entsetzlicher Schrei! Und die Unglücklichen hatte das Meer verschlungen. Und dann war das kleine Haus verschwunden. Nur ein Teil des Daches tauchte noch empor. Da trieb es. Fortgeschleudert im Sturm. Du furchtbares Element! Was hatten sie dir getan, die Unglücklichen, dass deine wilden Fluten sie begruben? War der Vater nicht ein Lotse? Die Mutter nicht eines Lotsen Weib? Und die Knaben, die beiden blühenden Knaben? Du bist mein, du bist mein! Hinunter in die unendliche Tiefe! Hinunter? Ob sich da nicht ein Arm? Da nicht ein blühendes Lockenhaupt? Sieh! Durch die Latten des kleinen Dachteiles zwängt es sich hindurch. Die See darüber, und da ist es wieder. Und da, da ist es ganz, ein ringender Knabe! Triumph! Er hat gesiegt! Da ist er! Oben auf der Fürste des zerbrechlichen Stückes Dach! Oh, seht doch! Welch ein Reiter! Und vorwärts stürmt er auf den brüllenden Wogen. Wo sind die anderen? Herrgott, wo ist der Vater? Wo ist die Mutter und der Bruder? Du armer Knabe! Ihr seht euch hier nicht wieder! Vorwärts, immer vorwärts, bald umhoch, wie hinauf zum Himmel, bald tief hinab, als ging's zur Hölle. Und noch immer auf den zerbrechlichen Trümmern im entsetzlichen Sturm und Wogendrang, schon weit, weit von der kleinen Insel, schon mitten im Meere. Halt dich fest, halt dich fest, es geht um Leben und Tod! und die Füße zwischen die Lappen gezwängt, die Arme krampfhaft um eine Sparre, so hielt er sich vom Drang mit dem Meere. Viele schreckliche Stunden voll Grauen und Entsetzen. Und der Mittag kam, es kam der Nachmittag, es kam der Abend, der Abend so dunkel und so grausig. Gute Nacht, du mutiger Knabe, du, in einer anderen Welt wirst du erwachen. Und wer schildert die Angst und all die Qualen in dieser langen, bangen, entsetzlichen Nacht? Aber endlich war sie vorüber. Und noch immer heulte der Sturm und raste das Meer und noch immer die Füße gezwängt zwischen die Latten und die Sparren krampfhaft umschlungen auf der Fürste des zerbrechlichen Stückes Dach, der halbtote Knabe mitten im Meere. Und eisiger Frost macht alle seine Glieder erstarren. Wie Feuer brennt sein Hahn und im wilden Fieber waren Rasen die Gedanken. Großvater, Großvater, da ist er, nun glaub ich's auch. Siehst du nicht, wie er das Zepter schwingt? Er hasst die Lotsen. Wehe, unser Haus. Die Flut, die Flut. Wie schreist du, Mutter? Halt nur den Bruder, der Vater hält euch beide. Es kann nicht mehr lange werden. Großvater, Großvater, sieh, da ist er wieder im Muschelwagen. Siehst du sein Schloss? Wie funkeln die Fenster und, und den Garten? Und die Perlen im Garten? Weh mir, was war das? Die Flut, die Flut. Hilfe, Hilfe, ich ertrinke. Und da, da sind sie. Oh, die garstigen Nixen. Großvater, Großvater, hilf mir, hilf mir. Sie kommen, sie wollen mich umarmen. Sie, sie fassen mich. Ich fühle es, ich fühle es. Sie ziehen mich hinunter. Hinunter? Nein, nicht hinunter. Sie zogen ihn hinauf, aber er wusste es nicht. Er hat es nicht mehr gemerkt. Das Bewusstsein hatte ihn verlassen und die müden Augen hatten sich geschlossen. Und als er sie wieder öffnete, da lag er auf weichem Fühl in einer prächtigen Kajüte und fremde, freundliche Männer standen an seinem Lager und erquickten ihn mit stärkender Labung. Und wie das gekommen? In allen Zeitungen hat es gestanden. Und willst du es hören? Da hast du es. Aufruf Durch die Sturmflut vom 13. November vorigen Jahres wurde der am Färmannsund wohnende Lotse Hans Kruse, welcher sich mit seiner Frau und zwei Söhnen auf den Dachboden seines Hauses geflüchtet hatte, durch den Wogendrang mit einem Teile desselben, seiner Frau und einem jüngeren Sohne fortgerissen und ein Raub der Wellen. Dem älteren Sohne, Jakob Friedrich, war es kurz vor dem verhängnisvollen Augenblicke gelungen, an dem Dachsparen empor zu klettern und auf der Dachfürste einen den Umständen nach etwas gesicherten Sitzplatz zu erlangen, indem er die Füße in das Lattenwerk hineinzwängte und Sparren nebst Lattenwerk mit dem darunter befindlichen Hausboden in Verbindung blieben. So trieb er morgen des 13. November ab, dem heftigsten Ungestüm der Wellen sowie den Unbilden einer kalten Winternacht preisgegeben, in die weite See hinaus halb verhungert und vor Nässe verkommen. Dennoch hatte der Junge noch nicht die Geistesgegenwart verloren. Wie ein alter, erfahrener Schiffer suchte er die Dachziegel, soweit er sie zu erreichen mochte, als überflüssigen Ballast abzustoßen. Als es am 14. November zu Tagen begann, befand er sich in einiger Entfernung vom Kieler Hafen. Gegen Mittag wurde er von einem diesen Hafen suchenden französischen Schiffer auf seinem zerbrechlichen Fahrzeuge bemerkt. Der wackere Kapitän ließ sofort ein mit vier Leuten bemanntes Boot aussetzen, welches mit großer Mühseligkeit und Beschwerde den Knaben aufnehmen und an Bord bringen konnte. Nachdem er hier die liebevollste Verpflegung und Behandlung genossen, wurde er nach Kiel gebracht und dem weiteren Schutze der Landesbehörde übergeben. Von dort ist Jakob Friedrich Kruse nach Burg auf Fehrmann zurückgelangt und hier ist eine Vormundschaft über denselben eingeleitet worden. Von allen Schreckensereignissen der Sturmflut des 13. November vorigen Jahres ist aber gewiss keines so sehr als das Seinige geeignet, die allgemeinste Teilnahme zu begründen. Die wirksamste Art, in welcher nach unserem Ermessen diese Teilnahme geleistet werden kann, ist die, dass Fritz Kruse, welcher sich seines schrecklichen Erlebnisses ungeachtet, entschlossen hat, sich der Seefahrt zu widmen, in eine auch für diesen besonderen Zweck geeignete Bildungs- und Vorbereitungsanstalt gebracht wird, wodurch es ihm ermöglicht wird, sich eine feste, gesicherte Lebensweise zu begründen. Mit kleinen Mitteln ist unter Gottes Hilfe das gute Werk begonnen, viel aber, sehr viel ist noch übrig, um dasselbe in der begonnenen Weise fort und zu Ende zu bringen. Wir treten deshalb mit der Bitte an unsere Landesleute, durch reichliche Beiträge unser Werk unterstützen zu wollen. Burg auf Fehrmann, den 22. Januar 1874 Der Obervormund Amtsrichter F. Saarau Der Vormund Ratmann R. Mildenstein Da seht den tapferen Jung. Der alte Meerkönig und seine Töchter haben ihn doch nicht gekriegt. Und ein Schiffer will er werden. Und er ist es geworden. Es kam, der Gaben viel mehr, als er gebraucht, um es zu werden. Er ist längst ein Lotse. Aber du, alter Meerkönig, den kriegst du nicht. Das war die Geschichte vom alten Meerkönig. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen hier oder auf meinem anderen Kanal, lies Einschlafgeschichten wieder. Aber jetzt schlaf gut. Untertitelung des ZDF,